So, einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben, herzlich willkommen bei Gib mal Feuer. Heute zu Gast, ähm, alter Kollege aus Düsseldorf, äh, kranker Tänzer, Model, Schauspieler, summa summarum, einfachen Motherfucker, Eugene Boateng. Schön, dass du da bist. Mom, man, danke dir, man. Schön, dass du da bist. Danke dir, danke dir. War dir das gerade unangenehm oder ging das Intro? Das war ein bisschen unangenehm, weil dieses Modeln, das würde ich irgendwie gerne raushaben. Warum? Weil ich ja nicht wirklich ein Model bin. Ich habe das gestern gesehen bei Wikipedia und dachte mir so, weißt du? Ja, aber dann habe ich auch Fotos gesehen und dachte mir, könnte auch sein. Ja, ich habe es probiert. Es hat irgendwie funktioniert. Aber so hast du einmal, weil ich Theorie, ich habe auch mal gemodelt. Ja, weil ich wurde für zwei Shootings bezahlt und dann ist man gemodelt. Das hast du gemodelt. Und hast du, wurdest du auch, wurdest du mal gebucht? Ja, ich wurde schon für so, ähm, für so Sachen gebucht, so Fashion Shows und auch so, ähm, getanzte Fashion Shows und auch so, ähm. Mach mal ein Mikro ein bisschen zentraler. So, genau. Genau, ähm, Fashion Shows und, äh, getanzte Fashion Shows. Also, getanzt, aber bist auch gelaufen. Ich bin auch gelaufen. Also, ich bin gelaufen. Für Bezahlung. Ich bin gelaufen und war auch so für so Kataloggeschichten. Habe ich auch gemacht, aber das ging halt alles über so, über diese Tanzgeschichte so ein bisschen und nicht wirklich über eine... Aber die haben dich für dein Aussehen auf den Laufsteg geschickt? Ja. Oder musst du auf den Laufsteg auch? Nein. Warst du ein Model? Okay, dann... Das steht zu Recht in deiner Vita. Ich dachte mir, weil ich denke mir so, also als Mann, ich bin ja, du kennst mich ja, ich bin ja ein bisschen so ein Hassgesicht, ne? Und, äh, fällt mir schwer, andere Haar zu feiern, aber dann habe ich dann auch noch... Da dachte ich mir, okay, ich weiß, dass du gut tanzen kannst, ich weiß, dass du ein Schauspieler bist, aber Model, Alter, übertreib doch nicht. So, dann habe ich die Bilder gesehen, dachte ich mir, okay, gut. Scheiße, Alter. Das passt ja wirklich doch. Das ist wirklich, äh, das ist wirklich krass, Alter. Ich weiß gar nicht, also wir kennen uns... Boah. Ich glaube, ich würde mal schätzen so 97, 98, weil, äh, ich, ähm, der Florian Ferres, ne? Krass. Ja, an der Stelle Shoutout, auch Grüßen der Düsseldorfer, wie bei... Oh, von Florian? Ich glaube, von Florian, weil der war die Connected zur Kiefernstraße. Ah. Genau, der war ja auch Kiefernstraße, oder? Ja, ja, ja. Genau. Und ich glaube dann, äh, als ich bei Tusa war, Florian Ferres und dann kamen so die ganzen, äh, dazu, äh, dann, äh, so Ende 90er gab es dann die Naka Dakas. Ja! Weißt du noch? Weißt du noch? Natürlich! Hast du, warst du auch dabei? Natürlich! Was hast du für einen Namen gehabt? Mein Name war Hala Joy Kese. Hala Joy Kese. Boah, ist das schlecht. Ich weiß noch, weißt du, wen ich noch weiß? Ich kann mich noch erinnern an, äh, äh, Maccavelli. Ist der Michael gewesen? Ex-Ernie, war der Ernest. Und DDC-107 war? DDC-107, Divine. Divine. Aber wie ist, äh, Casey Kwame? Casey. Wer war noch? Wir hatten Dibu. Dibu, stimmt. Dibu hatten wir, wir hatten Shorty, das war Walle. Stimmt. Wir hatten Hassani. Wir hatten... Wer war nochmal Hassani? Hassani, nee, das ist mein Bruder. Stimmt, Alter. Ah, Mann. Dann hatten wir Macca, also Macca, Collins aka Brazil. Stimmt, der Collins verordnet damit. Und Hassani waren die ersten drei. Die waren die Gründe eigentlich. Die Nackerdackers. Also man muss das so vorstellen. Einfach so, einfach zehn schwarze Jungs im Alter von 13 bis 22 oder irgendwie sowas. Ja, sowas, ja. Genau. Und ich weiß auch gar nicht, was das Ding war, aber es war einfach... Wir waren 20. Wir waren 22. Wir waren 22 Leute? Ja. Okay. Also ich kenne euch, also ich habe jetzt nie mitbekommen, was ihr überhaupt irgendwie irgendwo gemacht habt. Ich kenne euch einfach nur von, weißt du noch damals, Düsseldorf, Rheinstadion, Nebenplatz, so Hauptplatz. Warst du beim Fußball auch dabei? Mhm, ich war nicht wirklich gut, aber ich war mir dabei. Ja. Und da ist ja dieser kleine Kunstrasenplatz gewesen und dann die Gummiplätze. Und dann auf dem Kunstrasen haben da immer die Besten gegeneinander gespielt. Und da waren meistens der Michael dabei. Der war ja gut. Walle konnte auch gut spielen. Genau. Claudio kam dann irgendwann noch dazu, aber ob der bei Naka Dakas war, weiß ich nicht. Nee, nee, das war ja Walle. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall krass. Und ich glaube, seitdem kennen wir uns. Und irgendwann, man hat sich dann immer mal irgendwie gesehen und irgendwann habe ich mitbekommen, okay, du bist Tänzer, dann habe ich auch mal irgendwas gesehen. Warst du denn auch mit, wie heißt der nochmal, Aldo UK, warst du in dem Ding, zu dem Zeitpunkt auch dabei? Nee, das war, also ich war mit UK war ich. Okay. Ich war mit K-Feel. Wir haben zusammen trainiert. Als ich anfing zu tanzen, haben UK und ich auch uns so über so eine Tanztheatergruppe uns kennengelernt. Und dann halt, er war nur B-Boy, ich war nur Hip-Hop und ich wollte von ihm B-Boy lernen. Und er wollte von mir Hip-Hop lernen, so weißt du? Okay, das hat ja gut geklappt. Und dann haben wir, ja, ich habe nur nicht so gut B-Boy gelernt. Okay. Ja, genau. Ach so, scheißegal. Aber der Typ ist halt unfassbar. Der ist auch voll erfolgreich geworden. Ja, der ist, also so ein Talent. Ja. Aber da, ich weiß gar nicht, wollte ich da gar nicht, aber das fällt mir gerade ein. Guck mal, ich bin ja riesen, also ich bin ja, ich kann nicht gut tanzen. Mhm. Kannst du das, also für die Leute, die den Podcast nur hören, er lächelt gerade nicht. Ich kann nicht gut tanzen, bin aber Tanzfan. Und ich kann auch, also ich kann nicht, weiß nicht, was jetzt schwierig ist, was nicht. Ja. Aber ich gucke mir diese Compilations an oder ich erkenne schon, okay, das ist jetzt gut. Ja. Ich verstehe, warum die ausrasten. Ja. So bei manchen Sachen. Und natürlich bin ich dann, weil das ist, ich weiß aber nicht, wie das in der Tänzer-Szene angesehen ist, natürlich bin ich riesen Lit Twins Fan. Ja. So. Habe aber auch mit ein paar Tänzer gesprochen und die reagieren alle gleich. Die sagen so, die Twins, guck mal, wenn das keine Zwillinge wären oder wenn das keine Brüder wären, glaub mir, Technik unsauber, die machen nur Spektakel, die gehen auf dies und das. Die sind also bei den Tänzern, die ich gefragt habe, sind die nicht beliebt? Ja. Was sagst du zu den beiden? Weil die sind, also ich bin kein Tänzer, wie gesagt, aber die sind, man kann nicht bestreiten, dass die überkranke Performer sind, oder? Ja. Ja, die sind, also die machen den Job gut. Aber man hört auch raus, dass du die auch nicht feierst. Nein, guck mal, ich kann nicht, ich habe sehr viel Respekt, ich habe sehr viel Respekt vor Menschen, die Gas geben, weißt du? Und ich möchte niemandem was wegnehmen, wenn jemand sich hinsetzt, Gas gibt und etwas erreicht, weißt du? Und die Jungs haben das gemacht. Ich weiß aber, dass sie einen kleinen Vorsprung hatten und immer haben werden, weil Le Twins sind immer zwei Menschen. Es ist nie, niemand sagt, niemand sagt, der von Le Twins ist krass. Man sagt immer Le Twins. Ich weiß nicht mal. Genau. Larry? Genau, Laurent und so weiter. Also ich kenne auch nur einen Namen, wenn der überhaupt richtig ist. Und das ist halt das Ding, die sind halt immer zu zweit. Das heißt, die haben etwas, das damals nicht wirklich so weit entwickelt war. Und zwar haben sie sich in einen Raum gestellt, haben Hip-Hop genommen, alles Mögliche genommen, was sie quasi bekommen haben und gesehen haben und haben dann mit dieser Zweisamkeit gearbeitet und mit dieser Intuition. Ja. Und das ist Magie. Ja, ja. Und damit nimmst du, damit ist es scheißegal, wie gut du tanzt. Ja, ja. Wenn sie mit Magie kommen, ist Ruhe. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Das ist so wie ein Hip-Hopper, der gegen einen B-Boy tanzt. Das heißt, Hip-Hop macht irgendwelche komischen Tricks. B-Boy legt auf den Boden, pa, 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 springt, salzt. Das Publikum denkt erst mal, B-Boy ist krass. Weil Spektakel. Weil Spektakel. Ja. Und das ist so das Ding. Das heißt, deswegen, wenn du dann so ein Battle hast, ist es wichtig, wer in der Jury sitzt. Weil die haben... Ob die mehr auf Technik achten. Genau, die haben ein anderes Auge. Oder ob dich auch blenden lassen von so. Genau. Ja. Weißt du? Und deswegen würde ich denen nie was wegnehmen und sagen, oh, die können nichts. Die können schon was. Die können tanzen und die sind gut da drin. Ja. Aber... Die sind nicht so gut, wie die Laien sie halten. Also ich denke wahrscheinlich, dass das bessere Tänzer sind, als die es eigentlich sind, oder? So würde ich es nicht ausdrücken. Ich würde ausdrücken, die, die noch besser sind, gehen bei deren Licht etwas verloren. Okay. Okay, verstehe. Die gehen da ein bisschen... Ja. Okay. Aber die sind gut. Musikalität, krass. Die machen Dinge. Es gibt Wüste von denen, wo du denkst, die sind kreativ, die spielen mit Dingen, die sind nicht so festgefahren in so bestimmten Mustern und Boxes und so weiter und so fort. Weil, weißt du, Hip-Hop ist Freiheit. Weißt du, ich meine, Hip-Hop bedeutet, nimm das, was du bekommen hast, mach damit, was du willst. Ja. Let's see, wo es hingeht. So, weißt du? Hoffentlich in eine gute Richtung. Natürlich, natürlich. Und nicht, dass es so weiter nach unten geht. Ja. Die haben das genommen, was sie bekommen haben und haben es weiterentwickelt. Allerdings kann der Rest nicht mitziehen, weil nicht jeder ist ein Zwilling. Ja, ja, klar. Und nicht jeder hat auch diese... Die sehen ja auch aus wie... Also die haben Styling, Afro, Mahir, immer so. Genau. Das ist wirklich ein kranker Vorteil. Aber was ist, wenn ich dich jetzt fragen würde, okay, Le Twins, diese ganzen Massendinger hast du hier reingezogen, aber glaub mir, guck dir mal den an, der ist, keine Ahnung, entweder OG oder so ein neues Prodigy, wo du sagst, Bewegungs... Also Hip-Hop, bewegungsmäßig, guck dir mal den an, der ist für mich der krasseste. Oder einer der krasseste. Okay, wenn ich zu meinen OGs gehe, weil vor... Also meine OGs sind ja nicht die ersten, davor gab es ja auch noch welche. Aber ich habe nicht so eine Verbindung mit denen. Wie Link und so weiter und so fort und wie sie alle heißen. Aber meine OGs, meine Heroes sind Sponky Love. Sponky Love? Ja, Mann. Bruce Ikanji. Den habe ich schon voll aufgehört. Sponky Love, Bruce Ikanji. Ja. Unglaublich, das ist in Hip-Hop. Dann hast du Tideyes in Crump. Ja, okay, Tideyes, Ding, ja. So, weißt du, das sind die drei Leute hinter... Also unter denen kommen auch noch Jüngere. Du hast jemand, ich muss leider sagen, wirklich zu... Also nicht leider, ich muss es wirklich... Ich muss ernsthaft zugeben, ich war ein Fan von Dinais und ein Fan von Idrissa. Ja, Idrissa kenne ich nicht. Aber Idrissa kenne ich. Grüße gehen nach Düsseldorf. Genau, ja. Und es gibt noch einen in Crump und das ist Osei Wave. Da sind halt die von der heutigen oder mittlerweile auch schon wieder... Aber ist alles NRW? Alles NRW. Okay. Alles NRW. Ich sage immer wieder, das Talent kommt aus NRW. Die Leute in NRW haben eine andere Arbeitsmoral. Sie trainieren anders. Die werden andere Sachen erzählt. Ja, ja, 100%. Okay. Tanzen, kann man das beurteilen, wenn man so viele Jahre gemacht hat? Ja, ja, ja. NRW ist der... Ja, NRW ist der... Was Berlin Comedy ist oder Berlin, keine Ahnung, Rap ist oder so... Genau. ...ist NRW tanzen? Ja, 100%. Das Ding ist halt, du hast in... Aus NRW hast du halt den Einfluss aus Belgien, Holland, Frankreich, weißt du? Okay, das schwappt drüber. Kommt ihr dann auch ins Tanzhaus oder was? Ja, natürlich. Okay. Spunky Love, Tee Love und Fifi, das waren halt die drei, die halt aus Holland kamen. Ja. Und haben Tanzhaus komplett aufgemischt. Okay. Und die haben uns das Tanzen beigebracht. Ich finde die Tanzszene auch so interessant. Ich war einmal mit einem guten Freund, mit dem Vito, weil ich ihm damals immer so auf YouTube so Tanzcompilations gezeigt habe. Da hat er mir zum Geburtstag mal Karten geschenkt in Mülheim, übrigens eine der hässlichsten Städte, die ich jemals gesehen habe, wenn du mal da warst. Da war eine Dingskrumm, da war eine Tanzveranstaltung, irgendwie so, sowas wie, wie heißt das, Jus Debüt, Jus Debüt, das ist ja in Frankreich, sowas in der deutschen Version, da waren wir live da und ich war ja da schon so Beobachter, obwohl ich noch gar nicht irgendwie Comedy gemacht habe oder so, aber... So, meine Lieben, es ist soweit, meine zweite Comedy-Solo-Tour steht an. Die erste Tour übertreibt nicht, ist durch, war schon sehr, sehr erfolgreich und in der zweiten Tour gehen wir noch in ein paar größere Locations. Ich spiele sieben Großstädte und zwar Köln, Düsseldorf, Berlin, Hamburg, Frankfurt, München und Stuttgart. Ich freue mich auf euch, es wird sehr, sehr böse. Wenn ihr es abkönnt, geht auf den Link in der Beschreibung, holt euch Tickets, seid dabei, es wird krank. Die Tanzszene ist krass. Also, ich finde den Vibe krass und ich finde das sehr sexuell, weil das sind sportliche Menschen, viele schöne Menschen, Beats, Leute tanzen einfach so. Ich denke mir so, wenn ich euch hier sehe, das muss doch nach jedem Battle, muss doch eigentlich eine Orgie geben, weil jeder ist ja so, alle sind, da ist so voll viel sexual tension in der Luft und dann denke ich mir aber, das ist ja, aber trotzdem ist das ja, das geht ja ums Tanzen. Und nur weil jetzt Tanzen sexy ist, heißt ja nicht, dass die alle miteinander, äh, miteinander jetzt bumsen, aber, ähm, ist das, würdest du sagen, dass es in der Szene trotzdem mehr als in anderen Szenen, weil es halt, es ist halt nur mal sexy, wenn jemand gut tanzen kann, also fertig aus, Mann oder Frau. Ich würde sagen, unter den Tänzern und Tänzerinnen ist das Battle is the Orgie. Ah, okay. Das heißt Sexersatz, oder was? Ja? Du brauchst danach, du bist danach nicht, oh, jetzt muss ich, du hast es, beim Tanzen lässt es ja raus, weißt du? Okay, das ist so befreiend, oder was? Oh Gott, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich kann es mir wirklich leider nicht vorstellen. Das ist, das, also, ein, ein Tänzer muss tanzen. Er muss. Ja, und das, und das macht euch in vielen Augen, auch in meinen Augen teilweise, wirklich zu Spastis, weil, ihr ja immer, weil ihr wirklich, ihr hört ja nicht auf mit der Scheiße. Ja, wir können nicht aufhören. Ja, aber das ist so, das ist, ich stehe ja auch nicht an der Busthalstestelle und sage so, so, schön, dass ihr alle da seid, äh, mein Name ist Samuel Sibilski, ich war übrigens gestern im Edeka und was mir da passiert ist, oder, das ist ja mal, ich mach das auf der Bühne. Ja, 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 ja. Aber ihr steht wirklich an der S-Bahn und dann ist so, ja, ja, ja. Ja, aber das ist doch, lass doch. Ja. Ihr müsst, ihr müsst, Tänzer müssen immer tanzen. Wir müssen, wir müssen. Das ist krank. Ich gehe meiner Familie auf und sage, weil die merken dann immer wieder so, ah, der hat wieder seine fünf Minuten und dann zappel ich irgendwie da hoch, weißt du. Es muss sein und aber auch, es gibt manche Bewegungen, die musst du üben und die übst du nicht, du hast nicht immer einen Tanzraum, wo du reingehen kannst und eine Stunde oder zwei Stunden am Tag reichen kannst. Aber denkt ihr euch nie so, wir gucken gerade Leute zu. Doch, deswegen versuchen wir es ja die ganze Zeit zu kontrollieren und das, was rauskommt, ist kontrolliert. Sonst würden wir ja durchdrehen. Okay. Ja, ja. Krass, Alter. Weißt du, das heißt, du hast halt die, du gehst zur Schule oder gehst zur Arbeit oder was auch immer du gerade machst und dann hast du eine Stunde frei, wo niemand dich volllabert, wo du keine Hausaufgaben machen musst, wo deine Eltern nichts von dir wollen, wo du keinen Anruf kriegst, wo du nicht auf Instagram bist, was auch immer. Und in dieser Stunde kannst du nicht zum Tanzstudio fahren und was tun, sondern wo auch immer du bist, gehst du nochmal durch. Ja. Das ist, ah ja, stimmt ja, okay. Und dann fängst du, aber das Ding, das muss ja für deinen Körper Sinn machen. Ja. Dein Körper, nicht dein Kopf muss es verstehen. Dein Körper muss es verstehen. Also es ist Wiederholung, 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 Wiederholung. Jetzt habe ich es. Und wenn du jetzt im Tanzstudio bist, dann willst du durchdrehen. Ja, ich kann mir das, also das ist super interessant zu hören, also dieses, das, was ich glaube ich habe, in meinem Kopf, wenn ich mir zu Hause eine Geschichte ausdenke oder eine Punchline ausdenke und dann zündet die live, ist ja nichts anderes, nur auf einer anderen emotionalen Ebene, glaube ich, weil, also ich bin dann halt froh oder ich bin stolz oder ich freue mich, aber es ist nichts, es ist kein, keine richtigen Pheromone oder kein so, Excitement ist so wie beim, also ich kann mir das... Obwohl, doch schon ein bisschen. Ja, Glücksgefühl, ja. Ja. Aber dieses, was du gerade beschrieben hast, dieses, wie du dich bei einem Battle fühlst, weil es ist ja noch was anderes, wenn du körperlich... Also Battle ist, boah, wie kann ich das beschreiben? Du hast dieses, du hast, also es gibt natürlich, es gibt Cypher, wo wir, wir sind einfach alle zusammen und haben Spaß und du kommst mal rein, ich komm mal rein, ja, ja, und dann gibt's ein Battle, wo wir den Besten suchen, weißt du, was ich meine? Und du kennst das, weil du bist, du kennst Battle, weißt du? Und das Ding ist halt so, abgesehen davon, dass du zeigen willst, wie krass du bist, so, weißt du, du hast halt, ne, du kennst es mit der Panik, Nervosität und hast du dies und hast du dies und das, ganz genau. Und dann willst du aber, wenn du es schaffst, im Moment zu sein und zu flowen, nimmst du dann, nimmst du dann, weil ich, wie gesagt, ich ziehe mir diese Videos, krank rein und ich mach immer wieder, also bei allem, was ich gucke, ob es Punchlines, K.O.s sind oder krasse Moves beim Tanzen, ich mach, geh dann immer wieder nochmal zurück und zieh mir um, weil ich liebe einfach Reactions. Ja, 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 ja. In welchem Moment, kennst du zum Beispiel diese eine, äh, wahrscheinlich, weiß nicht, diese eine halbschwarze, auch mit den, mit der lange Braids und die macht, die hat einfach so einen richtigen Flow erwischt auf Mona Lisa. Kennst du das? Natürlich kenn ich. Ja. Und das ist so, du guckst, ich guck das und das so, wenn ich jetzt dann denke, schon, ja, 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 so. Was ist, was war das für ein Solo, bitte? Ja. Das war der Moment. Ja. Du kannst sie nicht fragen, kannst du bitte, mm, mm. Das ist auch nicht, ich glaube, das ist auch nicht replizierbar, oder? Nein, 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 nein. Das kriegt die Sohn nicht mehr hin. Nein, 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 nein. Die hat dann eine Wave gecatcht. Ganz genau. Das war, sie war in der Zone, in diesem Moment. Ja. Und alles passt auch, ne? Ja. T-Shirt, Hose, Haare, alles hat so. Ja, 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 alles. Und, weißt du, was krass ist, alle, alle fühlen dasselbe. Ja, ja. Und das ist heftig. Und das ist krass, oder? Das ist überkrass. Und das ist tanzen. Ja, genau. Das ist es. Und das ist halt... Das ist ein Wunder. Also, ich finde das wirklich, ich finde das, ich finde das, erzähl. Das ist, das ist halt, das Krasse ist halt, dass es unsere Natur ist. Das ist das, was wir tun. Wir müssen alle irgendwie gemeinsam musizieren. Wir müssen tanzen. Wir müssen miteinander sprechen. Wir brauchen dieses... Ich glaube, das würde ich nicht mehr sagen, aber jeder, also viele denken sich so, ne, also ich muss das jetzt nicht, aber wenn du es guckst, wie andere es machen. Ja. Also, diese tiefe Faszination, diese, wie soll man das sagen, diese Connection zu Musik und Bewegung, die ist in den meisten Menschen halt drin. Genau, aber du machst es ja da mit. Also, du bist jetzt nicht... Du freust dich mit. Ja, du freust dich mit, aber das Gefühl, das bei mir entsteht, wenn ich tanze... Das überträgst du. Genau. Und du fühlst es mit. Und in dem Augenblick, wo du es dann fühlst, ist es, als würdest du ein kleines bisschen mittanzen. Ja. Weißt du, was ich meine? Okay. Und das ist halt der Moment, wo du bei Just to Boo zum Beispiel, du kommst halt rein und du bist boom, boom und du merkst, wie das Publikum... Ja, ja. Und alle bewegen sich mit und denken... Weißt du, was ich meine? Das ist krank, ja. Weil du halt diese Emotionen und diese Energie, die kommt halt rein. Ja, ja. Und dann lebst du es irgendwie mit... Ja. Ja, das ist krank, Alter. Also, wie gesagt, ich liebe diese... Aber weil du sagst, ein Tänzer muss tanzen. Wir haben uns ja mal gesehen vor zwei, drei Wochen in der Amano-Bar auf dieser Black-Party, genau. Und da kam es ja auch rein, haben wir kurz gequatscht und so. Dann sehe ich dich auf der Tanzfläche und ich denke mir da also... Ich denke mir da so als Comedian-Dicker, wenn ich der wäre... Alter, ich würde den ganzen Abend... Jeder, der kommt, würde sagen, nee, 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 alles gut. Mach erstmal hier einen Kreis. DJ, mach mal das und das. Ich würde jedem, jedem immer zeigen wollen, dass ich hier mit Abstand der krasseste Tänzer im ganzen Laden bin. Und du stehst da einfach nur so rum wie so ein smoother Motherfucker, machst du den hier und denkst dir so, ich könnte eigentlich jeden hier von euch auseinandernehmen. Und ich kam dann ja auch zu dir, ich kam dann ja auch zu dir, weißt du noch? Ja, ja. Und ich meine so wie, also warum, was muss passieren, dass du jetzt hier mal denkst, okay, ich zeige euch mal kurz, was muss passieren? Ähm, ich glaube... Juckt es nicht in den Fingern? Immer, ja. Ja. Es juckt immer in den Fingern, aber ähm, ich weiß nicht, ich habe dieses, ich bräuchte jemanden, den ich smoken will. Das ist das eine Ding. Okay. So, das ist das eine Ding, weil ich habe noch ein bisschen dieses, weißt du, so ein bisschen noch so. Oder jemand, wo ich denke, boah krass, wir können uns im Moment verlieren. Also, dass wir beide zusammen... Dass wir gemeinsam, du machst, ich mache, oh krass, geil, du machst, dann mache ich, dann mache ich, dann mache ich, und so, weißt du, das. Ansonsten fühle ich mich jetzt über die Jahre so ein bisschen wie so ein Angeber, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, ich hole meine krassen Moves raus. Und ich so, ey, ganz ehrlich, man, lass uns alle Spaß haben. Ja. Viele Menschen fühlen sich auch so, die werden schnell eingeschüchtert, wenn dann so jemand sich so krass bewegt. Ich finde nicht, ich finde, du wärst einfach so center of the attention und Leute würden das, also bei der Company, in der Party, auf der, auf der, in der Location, würde ich sagen, das wäre eher so voll appreciated. Du, du brichst das Ganze auf, geil, da ist jemand, da kann man hingucken, da fühlt man sich auch freier. Leute gucken nicht auf mich, sondern die gucken auf den. Ja, ja, stimmt. Du kannst auch helfen, du kannst der Party auch helfen. Stimmt, ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen so animationmäßig so. Dafür wurde ich früher bezahlt, weißt du? Das heißt, ich muss das nicht unbedingt jetzt machen. Aber straight up Animation? Du warst jetzt nicht irgendwie im Robinson-Club und hast da... Nein, 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 so nicht. Obwohl, doch, ich war einmal im Robinson-Club. Ich war einmal im Robinson-Club, aber wir haben, das war damals mit Detlef. Und dann haben wir so... Detlef die Soest, oder? Detlef die Soest, genau. Da haben wir damit die Ein-Augen-Brogi-Tor. Ich kann das nicht, ich kann es nicht verstecken, Entschuldigung. Mit Detlef die Soest. Ja, da haben wir so, da gab es wirklich, da kamen so Kids und Jugendliche, die dann so ein Tanz-Ding gebucht haben und dann habe ich dort beim, wir waren, wir waren... Aber da hast du Kurse gegeben. Da habe ich Kurse gegeben, genau. Aber so klassische Animationen hast du jetzt nicht so... Ich muss sagen, also in Düsseldorf ist ja Animation, also Tanzanimation, was anderes. Aber wo macht man das denn überhaupt? Das war damals, war das, ich hatte meinen ersten Tanzjob in Essel. Ja. Und ich habe dann Animation getanzt für den Club, wie hieß es? Ele Prestige. Ja, klar. Genau, und dann, da hast du ja 3x15 Minuten, da gibt es die Boxen. Aber was heißt, du hast eine Animation, also du warst wirklich Tänzer auf der Box. Genau, Tänzer auf der Box, 3x15 Minuten. Das waren doch eigentlich immer nur Frauen, oder nicht? Nein, 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 nein. Wir waren zu dritt, Idrissa, Sena und ich. Die Sena? Ja. Quatsch, ey, Zendabu. Weißt du noch? Ja, ja. Müsste gehen raus. Ja, ja, ja. In Düsseldorf, krass, krasse Frau. Genau, und wir, wir drei waren, haben dann Animation getanzt, 3x15 Minuten, Gas geben und das war das beste Training. Ja. Und, ähm, Le Prestige war ja damals, war ja damals immer voll. Ja, ja. Ne? Und haben, wie haben die Leute das angenommen, waren die so, oder haben die das gefeiert? Es gab eine Zeit, wo Tanz, das war, Tanz war krass. Ja, ja. Das bedeutet, wenn die, das war halt, wenn du es geschafft hast, Animation zu tanzen, hieß es, du warst in der Szene oder zu der Zeit, gehörtest du zu den krassesten Tänzern zurzeit. Okay, okay. Weißt du, weißt du, das heißt, wenn du irgendwie jetzt am Samstag in der Prestige bist und du bist gerade auf der Box oder so, kann es auch sein, dass andere Tänzer unten sind und die wollen deinen Spot haben. Ah, okay. Das heißt, die stehen unten und gucken nach oben und sind so, ich bin heute hier. Zeig mal, musst du drauf. Ja, ja. So, mäßig, weißt du. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, das heißt du, es war schon, also dieser Druck dieses, das kennst du ja, du kennst ja vom Battle Rap, ne, dass du dich beweist, dass du von Woche zu Woche krasser geworden bist, an dir gearbeitet hast, niemand kann es mit dir aufnehmen, ich bin hier auf der Box, aber wenn du willst, komm ich runter und wir können direkt, weißt du, das war damals so die Zeit. Jetzt hat sich das so ein bisschen beruhigt, es ist so, ne, jetzt so, wir sind alle in der Zone und wir sind alle eins und so, das ist alles so gut, aber damals war halt, ich bin der Beste zu sein. Aber so, so kommt man auch zu einer geilen Leistungsgesellschaft oder Leistungssteigerung, weil wenn du immer jemanden hast, der dir im Nacken sitzt, was willst du anderes machen, außer besser werden? Ja, ja, 100 Prozent. Krass, also wenn du jetzt zurück zu diesem Club-Ding, also wenn ich jetzt, ich habe jetzt so zwei, drei zu viel getrunken, ich kenne dich nicht und ich habe so meine alten Will Smith Moves und tanzt dich damit an und denkst dir so, sei mir nicht böse, aber oder machst mich kurz weg? Nein, ich würde dich, ich würde, was ich machen, ich glaube, ich würde dich anfeuern, dass du einen schönen Abend hast, weißt du, weil komm schon, was soll ich machen? Du willst halt, du willst einen schönen Abend haben, hast ein bisschen was getrunken und ich bin so, haha, hi, 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 wow, okay, bis später, ciao. Ja, okay. Krass, weil ich, wenn mir zu mir einer besoffen ankommt und der Kick in Freestyle und ich habe einen guten Moment, beleidige ich den einmal rauf und runter. Aber nicht echt. Ja, doch. Krass. Aber wir sind ja auch anders, wir haben ja schon, du bist ja, du bist ja eine Seele von Mensch, wirklich, also, du bist ja, 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 doch, doch, du bist, ähm, es gibt diese guten, ich habe meine, meine Ex-Frau kam ja auch aus, ähm, die war halb Senegal, ne, und, ähm, die meinte auch so, war der Frizzo, DJ Frizzo, Shoutouts gehen raus, ähm, Ferdi, bester Mann, Tour-DJ von Haftbefehl, macht krank Karriere, krankes Business, Todesprofi und der liebste Mensch, ne, so eine Seele vom Mensch und die, äh, meine Ex-Frau meinte halt auch so, das sind, ähm, diese, es gibt wenige von denen, aber es gibt diese, äh, ghanarischen, gut erzogenen Jungs, die sonntags immer in die Kirche mussten, die Drogen, Alkohol weggelassen haben, die sehr höflich sind und gut erzogen sind. Und dazu gehörst du ja einfach auch. Ja, ja. Und jetzt sitzt du ja einfach vor meinen Atheisten, äh, äh, Büchern. Das ist so schön. Das ist so schön. Warst du damals sonntags immer in der Kirche? Ja, ja, ja. Ja, was ist denn hier atheistisch hier? Ja, da, God is not great von Christopher, äh, Christopher Hitch. God is not great, okay. Genau, dann hier Outgrowing God von Richard Dawkins. Okay, krass. Genau, das sind so Atheistenbibeln. Was, was heißt das genau? Atheistenbibel. Ja, das sind so, also, ähm, wie soll man das sagen? Also, wenn man jetzt, ähm, nicht an Gott glaubt, Atheist oder Agnostiker ist, dann gibt es so Leute, die derselben Meinung sind und halt, also Wissenschaftler, oder Spokesperson, die halt Bücher darüber schreiben, warum es theoretisch nicht sein kann, dass es wirklich einen Gott gibt, weil es gibt ja, keine Ahnung, 87 Religionen, warum ist jetzt die eine richtiger als die andere? So ein paar Logik-Sachen, äh, und das ist halt eine schwere Diskussion, weil da sind halt wirklich Wissenschaftler, die sich auf, äh, auf, ähm, auf, nicht Statistiken, sondern auf alte Funde, auf alte, auf alte Funde, und dann machen die alles, ähm, dröseln die alles auf über die, über die Jahrtausende, und dann sind da Leute, die einfach sagen, nee, das war eine Person und die hat alles kreiert, so. Ja. Da stößt man sich ein bisschen in die Köpfe und ich weiß noch, ich hab dich mal, ähm, wir haben uns mal vor ein paar Jahren irgendwo getroffen, danach hab ich dich bei Sat.1 in dem Interview gesehen und da hast du auch wieder irgendwas gesagt von wegen, ja, ähm, weiß nicht, ob du gesagt hast, ich bin Christ oder ich bin gläubig oder Gott hier und da hab ich dir irgendein, da hab ich dir bei WhatsApp so ein, einfach so ein, keine Ahnung, so ein, wie ich halt bin, so ein Spruch nach dem Motto, war ein geiles Interview, aber lass doch mal Gott raus oder irgendwie sowas. Und du hast da noch nicht mehr drauf geantwortet. Echt nicht? Nein. Ach, krass. Aber jetzt weiß ich ja, nachdem wir jetzt die letzten ein, zwei Monate, nennen wir es mal WhatsApp-Verkehr hatten, weiß ich ja, dass du generell einfach nicht antwortest. Oh Gott. Aber, aber du warst wirklich schon, weil ich hab bei mir am Schäfersee, hab ich auch, ist auch so eine, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, so eine Minikirche oder so eine, ich weiß nicht, ob es eine Gospel-Church ist, da sind halt jeden Sonntag immer so ganz viele, ähm, ganz viele Afrikaner, die sich schick anziehen und dann halt ihre, ihre, ihre Lesung erhalten. Und das war bei euch in Düsseldorf damals auch der Fall? Ja, 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 100 Prozent. Jeden Sonntag Kirche, gut anziehen, also von klein auf immer Anzug, weißt du, immer so jeden Sonntag Anzug und dann werden dir die Haare gekämmt, Gesicht wird eingekränkt, du bist richtig. Das so representen, ne? Ja, ja, representen. Coco Butter all over the place. Ja, genau. Ja, Coco Butter all over the place. Ja, ja, und fettes Essen nach der Kirche. Okay, und dann ist das so, dann gehst du da rein, dann ist das so richtig Gospel-Church, wie man aus den Ami-Filmen kennt, oder ist das so? Ja, also Gospel-Church war später in der Jugend, so mit 16. Okay. Ich war, so meine ganze Kindheit war ich in der ghanaischen Kirche, das heißt, die ist nicht so amerikanisch, das heißt, es gab auch nur ghanaische Songs, Drums, ghanaische Drums und alles ghanaische. Aber lesen die aus der Bibel vor? Auch, ja, ghanaische Bibel. Was ist denn eine ghanaische Bibel? Ja, ja, das ist alles auf Tree gewesen, alles. Ah, übersetzt meinst du? Was meinst du mit übersetzt? Also, die haben die Original-Bibel auf Tree übersetzt. Oder habt ihr eine ghanaische Version? Wir hatten eine ghanaische Version. Laber nicht, hinter euch ein Schweizer Ankreuz dann? Oh, jetzt kommen wir zu einem Thema. Müsste. Nee, haben wir nicht, das haben wir nicht. Das war ein Thema für viele, viele Jahre, da ich dachte, wie kann das sein, dass dieser Jesus weiß ist? Ja, weil damals war keiner weiß einfach. Nein, Mann, damals war einfach nicht da, wo die gelebt haben, ja. Dankeschön. Und das hat, es hat auf jeden Fall, ich bin ehrlich, viele Jahre habe ich mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt und dachte so, okay, alles klar, irgendwas stimmt nicht. Something is wrong. Und ich habe wirklich, ich habe auch so ein Buch darüber gelesen, dann war ich natürlich auf YouTube und Google und alles, Research, Research, geguckt, was ich alles finden kann und, 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 und bin zur Erkenntnis gekommen, dass der Bruder einfach ein brutaler Afrikaner war, einfach schwarz war. Und was krass ist, es gibt, er ist ja geboren in Judäa, ne, und wenn du, wenn du Ancient oder eine Hebrew Slave Map eingibst auf Google, ne, dann kommt Kingdom of Judah. Ja. Und das ist einfach da, wo Ghana ist. Das ist da, wo, nee, nein, nein, nein. Warte mal, das ist da, wo, Ghana, Togo, Benin, da, diese Ecke, was, ja. Also entweder bin ich behindert, was Plattentektonik angeht, ist das nicht da, wo, ist das nicht da, äh, äh, hä, das ist in Afrika. Ja, ganz genau. Kingdom of Judah, das steht da, wenn du diese, diese, also kann jeder googeln, Hebrew Slave Map oder Slave Map, irgendwas von 19, 16, keine Ahnung, wann auch immer, ne. Das heißt, da hingen Schwarze am Kreuz. Dankeschön. Oder die haben einen Wikinger rübergeholt und den einfach festgenagelt. Oder das, I don't know, aber, ähm. Das sind auf jeden Fall, also hier reden auf jeden Fall zwei, äh, also zumindest ein Vollamateur, deswegen, also wahrscheinlich gibt's Leute, die jetzt irgendwie, kennst du Leute die Geschichte, äh, die jetzt kommentieren, weil die Geschichte studiert haben oder, oder irgendwas. Lasst einfach zumindest einen Fachidioten und einen halb, äh, einen halb. Ich bin, ich bin ein neugieriger Mensch. Genau, einen neugierigen Menschen und einen Fachidioten, lasst die einfach mal ihre, ihre Thesen hier aufstellen, wie falsch die auch sein mögen. Aber, ähm, das hab ich mich nämlich gefragt. Also das wär so, ich weiß nicht, ob's mein Gedanke gewesen wär, wenn ich, äh, auch in so einer, ähm, Kirche als von klein auf das ja das Problem gelandet wär und das erstmal alles erzählt bekomme. Oder ob ich mir wirklich irgendwann auch gedacht hätte, das hört sich alles wirklich nicht so, also ich seh doch die Welt, ich weiß doch, was möglich ist, das hört sich alles ein bisschen nach Märchen an oder so. Ich weiß nicht, ob ich auf den Gedanken überhaupt gekommen wär. Aber, ähm, um die Covid wiederzukriegen, Frizzo und du jetzt als Paradebeispiele, ist es ja, sind ja viele gute Jungs daraus geworden, wo es vielleicht ohne dieses Sonntags dahingehen, striegeln, benimm dich, das sind die Vorsätze, wir glauben daran. Vielleicht wär das, vielleicht wär das dann gar nicht so gelaufen. Auf gar keinen Fall wär das so gelaufen. Ähm, ich glaube, das Ding ist so, die Kirche war nicht ein, also so wie ich groß geworden bin und wie ich die Jungs auch und die Jungs und Mädels alle kennengelernt hab und auch, ne, beobachten konnte, wie sie aufgewachsen sind und, 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 war die Kirche nicht unbedingt ein Religionsinstrument sozusagen, sondern die Kirche war ein Ort, wo wir regelmäßig zusammen waren. Community. Weißt du, das war mehr Community. Das heißt, wir kamen zusammen, es wurden Themen besprochen, die jetzt gerade anstanden, so, weißt du. Ja. Die Leute waren alle, das war die erste Generation, die nach Deutschland gekommen sind, so. Stimmt. Das bedeutet, die brauchten irgendjemanden, hey, ich hab diese Probleme, kann mir jemand helfen, ja, der ist so und so, die ist da, 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 weißt du. Und dann wurden all diese ganzen Sachen besprochen, ähm, und dann, ähm, und dann ging es irgendwann dann in die Predigt so, ne, da wurde erzählt, da, 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 und, äh, die Kids gingen, sie gingen dann runter in die Sonntagsschule und dann hat, gab's dann eine Tante oder einen Onkel, der dann für uns da war und, ähm, ähm, meistens eine Tante, die dann, ähm, wie heißt das, ähm, mit uns Sunday School quasi gemacht hat und dann die Bibel aber für Kids irgendwie gemacht hat so und dann haben wir Songs gelernt und haben, ähm, Gleichnisse, ähm, irgendwie erzählt bekommen und, ähm, die aber auch dazu dienten, um einfach bestimmte Werte, ähm, vermittelt zu bekommen. Darauf wollte ich hinaus, ja. Weißt du? Das heißt, es ging nicht darum zu sagen, hey, so und so und so und so und so ist es, sondern es ging darum so, ähm, das sind die Arten von Menschen, die wir sein wollen und wir wollen auch, dass du so ein, in Anführungsstrichen, guter Mensch bist so und dafür ist es wichtig, das und das zu begreifen, denn wenn man dies und jenes tut, wird diese Person drunter leiden und das wollen wir nicht, deswegen lass es doch bla bla bla, weißt du? Und das ist krass, also das ist natürlich auch das Einzige, wo ich bei Religionen sage, okay, fair enough, ist halt wirklich, dass es vielen Leuten hilft und Leute, manche Leute, die sich daran halten, auch zu guten Menschen werden oder denen das hilft, dabei gute Menschen zu machen. Ja, ja, weil letztendlich, letztendlich so, ich glaube nicht, ich würde niemals, ich möchte nicht mit Menschen diskutieren und sagen, diese Religion ist richtig und diese ist falsch, auf gar keinen Fall. Das geht auch gar nicht. Ich glaube so, ich habe viel durch die christliche Religion, das war so meine, meine, dass die Art und Weise, wie ich an diese Informationen rangekommen bin, so, ähm, andere Menschen sind durch den Islam, andere Menschen sind durch Wissenschaft, andere Menschen sind durch Buddhismus und so weiter und so fort, ähm, und das ist alles, hat ja, es ist ja alles in Ordnung, so, weißt du? Letztendlich brauchen wir alle Informationen, um herauszufinden, wie wir auf dieser Erde unseren Weg gehen wollen. Das finde ich eben nicht. Also ich finde, ähm, warum muss man das überhaupt, ähm, also vielleicht gehe ich da auch nur von mir aus oder von den Leuten, die ich kenne, aber warum muss man überhaupt, ähm, das alles hinterfragen? Also, wenn irgendwie, wenn irgendwie geklärt ist, also man weiß jetzt, okay, äh, Spermien, Befruchtung, wird ein Mensch draußen, natürlich, dass das ein Wunder ist, brauchen wir gar nicht drüber reden, weil ich habe eine Tochter, vielleicht hast du auch irgendwann mal ein Kind, das ist ein, ist ein Wunderwunder, so, ähm, aber es ist halt jetzt, man weiß, wie das passiert ist, so, alles, was, das, was man halt nicht weiß, ist, wie die, ob Urknall, wie das alles zustande gekommen ist, okay, aber es ist so, wie es ist. Und warum muss man dann, ähm, versuchen, sich alles so zu erklären? Man, also, man weiß ja jetzt, was möglich ist, ne, es gibt die Schwerkraft, es gibt ein, es gibt ein Planetensystem, es gibt, ähm, Einhaben, Ausatmen, Photosynthese, es ist auch alles so, es gibt für alles eine Erklärung. Ja. Und warum muss man jetzt, ähm, nach einem, es gibt doch so ein geiles Sprichwort, mir fällt das jetzt nicht ein, so Menschen sind halt so gepolt, die sehen eine schöne Blume, aber denken sich dann nicht so, ja, okay, ist eine schöne Blume, die wollen, die wollen, genau, die akzeptieren das nicht, sondern die wollen unbedingt wissen. Ja, ja, ja. Und ich finde das, ähm, ich finde das voll unnötig, also, ich kann es verstehen, warum das manche machen, aber ich finde es halt unnötig, weil Sinn des Lebens kann ja, ist eigentlich, eigentlich voll simpel und wofür wir auf der Erde sind, offensichtlich haben wir keine, äh, keine Funktion hier. Also, ist ja, also, wenn du dir die Welt anguckst, kannst du mir ja nicht erzählen, egal wie kreativ du bist, dass wir jetzt für irgendwas, gerade Menschen, also das ja. Ja, ich glaube, ich glaube letztendlich so, also, guck mal, du hast zum Beispiel so voll viele Sachen erwähnt, so Fotosynthese und so weiter und so fort, das kommt ja daher, dass Menschen einfach neugierig waren und wissen wollten, wie so funktioniert dies und jenes. Genau. Deswegen hast du zum Beispiel die Informationen, die du hast. Dann gibt es wieder andere Menschen, die wollen noch mehr Informationen haben. Dafür ist es wieder wichtig, dass es andere Menschen gibt, die neugierig genug sind und sagen, okay, ich will wissen, wieso, weshalb, warum und wie funktioniert das? Ja, aber Unterschied in der Informationsquelle ist ja, Wissenschaft, These, Beweis, alles klar, das ist so, ein altes Buch, wo drin steht, dass Leute aus dem Himmel gekommen sind. Mhm. Verstehst du, weißt du den Unterschied? Also, weißt du, worauf ich hinaus will? Mhm. Schwierig. Das ist ja, also, sagen wir es so, guck mal. Ja, okay, du willst da rein. Ich will nicht unbedingt da rein, aber ich meine nur. Ja, ich verstehe, was du sagst. Ich glaube, ich glaube, jetzt geht es irgendwie gerade rum so, dass es anscheinend irgendwelche Wesen gibt, die von was weiß ich wo hergekommen sind und hier sind und so weiter und so fort. Was stimmt und nicht stimmt, I don't know. Weißt du, ich war nicht da, ich habe keine Ahnung, die Menschen reden gerne darüber und und und. Ja. Aber ich glaube, in 50, in 100 Jahren gibt es auf jeden Fall ein paar Antworten dazu und dann würde man sagen, okay, das, was sie damals erzählt haben, war komplett Humbug oder. Könnte sein. Das hat schon Hand und Fuß gehabt und jetzt wissen wir mehr. Ja. Aber damit wir diese Informationen haben in 50 oder 100 Jahren, brauchen wir ein paar neugierige Menschen, die Bock haben, sich damit auseinanderzusetzen. Weißt du? Aber müssten die sich dann nicht nur, die können sich dann nur mit der Wissenschaft auseinandersetzen, weil, sei mir nicht böse, aber Religion forscht, also forscht Religion. Sie können sich mit Informationen auseinandersetzen. Ja. Ich rede gar nicht über Religion, aber Bücher sind oder Bücher sind Dinge, die geschrieben wurden von irgendjemand. Was daran richtig ist und falsch ist, wir wissen nicht, wie viel genau richtig oder falsch ist. Ja. Aber ob es ein Geschichtsbuch ist, ob das die Bibel ist, ob das ein Buch ist, das ein Märchenbuch ist oder ob das ein Buch ist, das es vor 500 Jahren oder 1000 Jahren irgendwo in einem afrikanischen Staat geschrieben wurde, we don't know. Irgendjemand wird sich hinsetzen und sagen, ey, ich setze mich mit diesem Thema auseinander und werde herausfinden, wie viel es eigentlich war. Was bedeutet das eigentlich? Weil wenn du, selbst die Bibel, viele Dinge aus der Bibel, wenn wir sie jetzt, wenn ich sie heute lese, verstehe ich sie anders als damals mit zwölf. 100 Prozent. Weil ich dann merke, ach, so ist das gemeint. Genau, das ist Bildsprache oder Vergleiche, ja. Für mich ist halt so, eines der krassesten Zeilen so aus der Bibel ist halt für mich so, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und Gott war, das Wort war Gott und Gott sprach, es werde nicht. So, und was ich daraus ziehe, ist, heutzutage sprechen sehr viele Menschen über Manifestation und you have to speak it into existence und du musst dran glauben und 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 und. That's the thing she... Ja. Das ist genau das, dieses Ding mit, du musst dran glauben, dann musst du es aussprechen oder niederschreiben und dann musst du, gehst du in die Aktion und dann musst du es auch loslassen und dann manifestiert es sich und und und, das ist dasselbe Ding. Ich weiß, aber ich halte einfach beides für Bullshit. Das ist, ja, das ist das Ding. Aber, aber solange man den anderen nicht damit auf den Sack geht, ist das vollkommen fein. Ja. Weil ich, ich würde jetzt niemals versuchen, mich hier hinzusetzen, also, hör mal, Eugene, sag mal ganz ehrlich, guck mal, ich hab dir und die Bücher gelesen, das war einfach was du glaubst, ist scheiße. Und wenn du mir nicht auf den Sack gehst und wenn du mir nicht auf den Sack gehst und sagst es immer, Samuel, ich weiß, du bist fehlgeleitet, aber glaub mir, Gott kann auch dich retten. Und ich mir sage, ach du liebe Güte, Alter, so. Also, solange wir uns damit nicht auf den Sack gehen, sondern normal darüber reden. Ja, das ist richtig, weil ich finde, ich finde, man sollte sich nicht auf den Sack gehen, aber ich finde den Austausch geil, weißt du? Weil ich will zum Beispiel, ich bin neugierig, als du gesagt hast, so Atheisten. Was da drin steht. Nein, ich will wissen, was du denkst. So, was heißt es, also, woran glaubst du, glaubst du gar nicht, was ist bei dir los? Also, ich glaube, also, es ist natürlich schwer, an den Urknall zu glauben, also, ich glaube an die Wissenschaft, ich glaube auch an Darwin, ich glaube daran, dass es, dass der Mensch vom Affen abstammt, ich glaube daran, dass das Leben vom Eizeller kommt, dass es aus dem Meer, ich glaube daran, dass es Dinosaurier gab, ich glaube an die Wissenschaft und ich glaube, also, guck mal, ich bin ja so ein Realist, das heißt, ich gehe durch die Welt, ich gehe davon aus, ich sehe die so ähnlich, wie ihr die seht, ich fühle die so ähnlich, wie ihr die fühlt und ich bin der Meinung, mit 40 Jahren Lebenserfahrung weiß ich, was möglich ist und was nicht. Ich weiß, man kann aus Wasser keinen Wein machen, ich weiß, man, ich weiß aus dem Himmel kommt keiner nach unten, ich weiß, ich meine zu wissen, dass wenn man stirbt, ist man tot. So. Ne? Deswegen, wenn man stirbt, ist es so und dass man nicht Auge auf des Nachbars Weib machen soll, dass man nichts klauen soll, dass man keinen töten soll, dass man nicht neidisch sein soll, das sind Sachen, wenn du normal erzogen wirst, ohne die Bücher, sollte man da schon auch selber drauf kommen, weil jeder Mensch hat so einen halbwegs moralischen Kompass, aber da ich jetzt selber auch eine kleine Tochter habe, die vier ist, bekomme ich auch mit, kleine Kinder haben auch schon ein bisschen Evil in sich drin, so Menschen sind nicht, also der Mensch an sich ist nicht so gut, wie viele das meinen und da zähle ich mich natürlich auch voll dazu so und ich glaube, wenn es einen Sinn des Lebens gibt, dann ist es, also wenn jeder sich daran halten würde, wäre es auch fein. Natürlich rede ich jetzt aus der ersten Welt als jemand, dessen größtes Problem das Finanzamt ist und nicht Hungersnot. Ne? Deswegen ist das natürlich auch, ist das nicht arrogant, aber das sind einfach nur meine, das sind ja meine Umstände und ich kann jetzt nicht als jemand reden, dem es wirklich, der jetzt fast klar führt, der als Kind schon arbeiten musste, der in, keine Ahnung, Indien, Afrika, wo es auch immer alles Elend gibt, Favelas, der da aufgewachsen ist, deswegen ich rede jetzt als ich und der Sinn des Lebens, wenn es einen geben sollte, kann halt nur sein, guck, dass du keinem Schaden zufügst, kümmere dich um deine besten Freunde, um deine Familie und Familie heißt auch nicht Blut ist dicker als Wasser, so was Familie muss, sondern die Familie kann auch, kann auch scheiße sein, also wenn deine Familie korrekt ist, Familie geht vor, beste Freunde, pflanze dich fort, wenn du drauf Bock hast, kümmere dich um dein Kind und das war's schon und das ist eigentlich kein Hexenwerk. Das ist doch, also das ist doch schön, das ist doch schön, ich meine, was will man daran kritisieren, weil letztendlich geht es ja darum, dass wir hier auf der Erde einfach miteinander die beste Zeit haben, sozusagen, die wir haben können und es gibt aber auch Menschen, die gar keinen Bock auf eine gute Zeit haben, so sollen dann halt auch ihre Zeit haben, so weißt du? Ja, aber das Problem ist ja, dass es Menschen gibt, also dass der Mensch ja wirklich an sich so eine Grundgier hat und keine Ahnung, seit es Währungen gibt oder irgendwelche Tauschmittel gibt, gibt es halt mächtige Leute und nicht mächtige Leute und das wird sich auch nie wieder, das wird, die Wogen werden sich, glaube ich, nie wieder glätten, also das ist ganz schlimm und wir haben ja Glück und bei dir ist ja das noch krasser, weil ich habe ja zum Beispiel, ich habe ja 0,0 Connections zu meiner schwarzen Seite. Krass. Ich war noch nie in Sierra Leone, mein Vater ist tot, seit ich fünf oder sechs bin, ich habe Verwandte, ich weiß nicht, ich habe, das merkt man auch, wenn man mich kennt, merkt man das ja auch, aber bei dir, du lebst ja quasi in zwei Welten und ich will jetzt nicht sagen, du bist hier in Berlin, stehst auf dem roten Teppich, wenn du nach Ghana kommst, ist dein Bruder in Lumpen auf der Straße und bittelt dich nach Geld an, du weißt, was ich meine, aber du lebst in zwei Welten, weil du kommst aus einem Land oder du bist auch ab und zu in einem Land, wo es nicht so geil läuft wie hier in gewissen Stellen, das heißt, du bekommst ja beides mit, aber ich ja zum Beispiel nicht. Ja, ja, schade, wann willst du da hängen? Guck mal, das ist schon, ich hätte jetzt letztes Jahr im Dezember, weil ich das erste Mal nach Afrika gekommen habe, so eine Kooperation gehabt, da haben die beiden Partner sich überworfen und ich habe schon, also wer mich kennt, weiß, ich will da unbedingt hin und ich war Feuer und Flamme, ich habe das meinen Ängsten erzählt, ich meine so, ich bin einfach, ich bin einfach Anfang Dezember das erste Mal in Afrika und ich habe mich so gefreut wie ein Kleinkind und dann ist das abgesagt worden und ich war richtig, das war so eine richtig schlechte Nachricht, wo ich richtig traurig war und ich weiß, dieses Jahr schaffe ich es auch nicht, weil ich mit dem Podcast durchziehen muss, also ich bin der Meinung, dann lasse ich dich sofort, ich bin der Meinung, ich brauche erstmal ein finanzielles Polster, um Möglichkeit haben, eine Auszeit zu nehmen, um wirklich sagen zu können, okay, ich kann jetzt mich hier zwei, drei Monate aus allem rausziehen, weil ich nämlich glaube, wenn ich einmal, sollte ich jetzt direkt nach Sierra Leone gehen oder wenn ich einmal da bin, dann kann ich da nicht nur zwei, drei Wochen bleiben, weil das ist ja kein Urlaubsland, sondern ich gehe dann ja dahin, wo die Hälfte von mir quasi herkommt. Ja, verstehe ich, krass, 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 alle sagen das. Alle Schwarzen, also alle, die ich kenne oder sagen wir mal, die meisten, ich kann nicht alle sagen, aber die meisten Schwarzen, die ich in Deutschland kennengelernt habe, sehe, mit denen ich spreche, die noch nicht in Ghana waren, sagen genau dasselbe, ich muss erstmal das machen, das machen, bevor ich dann nach Afrika und ich muss erstmal, und ich kann leider nur sagen, man muss sofort, sofort, das ist leider der größte Fehler, zu sagen, ich muss erstmal, weil das ist, das ist eine Inspiration, das ist eine Motivation, wenn du einmal dahin gehst und du checkst, und ich sage das jetzt vorsichtig, aber auch bewusst, du checkst, wo du herkommst, dann bist du so, fuck. Ja, glaube ich. Was mache ich mit meiner Zeit? Und ich glaube, dass ich so emotional bin, dass mich das voll umhauen will. Aber komplett. Ja, und ich kann aber jetzt nicht, wenn du sagst, sofort, so, und ich habe jetzt Termine bis April, wenn ich jetzt im Mai nach Sierra Leone komme, da sitze ich hier, da komme ich hier wieder und sage, nee, der Podcast heißt nicht mehr, gib mal Feuer, ich will jetzt nur Räucherstäbchen, der Sponsor ist das Deutsche Rote Kreuz, weißt du, was ich meine, dann bin ich einfach ein anderer Mensch. Weißt du, guck mal, weißt du, was krass ist, so, es ist krass, weil Afrika ist nicht arm, weißt du, was ich meine? Ja. Afrika ist überhaupt nicht arm und das Schockierende, und das ist jetzt peinlich, was ich sage, als ich das erste Mal in Ghana war, ich glaube, ich war 23 oder so. Ja, voll spät. Richtig spät, richtig spät. Also gemessen an dem, dass ihr, also ich sag mal so, wenn ihr jetzt komplett schwarz bist und aus Ghana kommt, ihr habt ja Verwandtschaft da, vorher ist es ja einfacher als mich, jetzt, ich kenne ja da niemanden. Genau, weißt du, deswegen spät, aber damals 1600 D-Mark, weißt du, wir sind acht Kinder, Ja, okay. Weißt du, was ich meine? So, wie, was? Ja, 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 klar. Weißt du, deswegen, also Balkonien, Feuer, weißt du? Sonst Ghana einmal 15.000 mit allem, ja, wieder. Ja, ja. Weißt du? Genau, auf jeden Fall war ich mit 23 da und dann habe ich eine Mall gesehen und ich war in der Mall, Accra Mall. Ja, und du warst so, warum haben die hier? Also, boah, krass, die haben eine Mall. Überleg mal, das ist so peinlich. Ist das nicht peinlich? Das ist so peinlich, ja. Ich musste aufs Klo gehen, ne, und dann bin ich da hingegangen und bin zur Toilette gegangen und habe einfach eine ganz normale Kloschüssel gesehen und dachte, oh, die haben, ist kein Plumpsklo. Wusstest du, hast du hier keinen Plumpsklo? Die haben einfach eine ganz normale Toilette. Ja. Plumpsklo und Wasser, was ist denn hier drauf? Krass. Weißt du? Und dann dachte ich, und das, und das war, ich habe das in dem Augenblick noch nicht gecheckt. Ja. Und dann, ne, habe ich gedacht, boah, wie peinlich. Wie peinlich. Zum Glück warst du nicht neben einem Einheimischen, hast du gesagt, crazy. Sondern zum Glück hast du es nur mit dir ausgemacht. Weißt du, ich meine? Ja, ja. Und habe dann immer gedacht, boah, krass, was bin ich, was bin ich für ein Deutscher, der dann, der dann darüber denkt. Gehst du davon aus. Und die armen Afrikaner, die haben dies nicht und jenes nicht. Und dann gehst du rüber und kriegst die Schelle deines Lebens, die sagen, uns geht es vielleicht besser als dir, so weiß ich meine. Das ist wirklich krass. Also, wenn du das jetzt so sagst, das ist crazy. Also, das andere habe ich schon mal im Gedanken durchgespielt. Aber das, was du jetzt gesagt hast, dieses, Digga, sei mensch böse, aber bleib da mal in Berlin, verdiene mal deine 2.000, 3.000, aber soll ich dir mal kurz mein Haus zeigen? Dankeschön. So, das war dann die nächste Stufe. Weil erst mal habe ich eine vernünftige Toilette gesehen und dann habe ich gesehen, dass Menschen in Häusern leben. Autos. Ich habe auch Dörfer gesehen. Ich habe auch gesehen, wo es Menschen nicht so gut geht und so weiter. Die Kluft ist groß, ne? Weißt du, was ich meine? Und ich dachte, boah, krass, wenn es bei jemandem läuft, dann läuft. Ja, ja. Wenn es in Deutschland läuft, dann sparst du, bis du rübergehst. Ja. Weil alle sparen, bis sie rübergehen, um Welle zu machen. Ja. Aber die Welle, die du dort drüben machen willst, da kannst du mit einem anderen gar nicht mithalten. Was ich meine? Das ist geil. Das ist ein geiler Fakt. Ja. Und das hat mir, das hat mir so eine Schelle gegeben. Und seitdem ist es natürlich, bist du dann auch so, du gehst dann irgendwann in dein, nein, weil meine Familie und mein Dorf ist dann so, meine Eltern sind so rübergekommen, weil die ein bisschen mehr schaffen wollten. Das bedeutet natürlich, meine Familie ist nicht so, haben nicht Cash. Ja, aber deine Eltern haben den klassisch, weil du sagst acht, also wirklich acht Kinder seid hier. Mhm. Aber wie viele davon sind in Düsseldorf geboren oder in Deutschland geboren? Fünf sind in Deutschland geboren, zwei sind dazugekommen und eins, genau, zwei sind, also drei sind in Ghana geboren. Ach, und die sind erstmal mit einem Kind rüber? Die sind erstmal, nur die Eltern sind erstmal hergekommen, nur meine Eltern sind hergekommen und dann wurden... Drei Kinder bei Familie gelassen? Genau, drei Kinder bei Familie gelassen. Meine Schwester und ich sind dann zur Welt gekommen und dann wurden meine zwei älteren Brüder nachgeholt. Als ich drei, dreieinhalb war, kamen dann meine älteren Brüder. Also du bist dann quasi mit deiner Schwester in Deutschland geboren worden? Genau. Und die zwei älteren Brüder, die ich, müsste ich nicht behaupten, wer sind denn deine ganzen... Dennis, du kennst du Dennis. Ach, krass, okay. Dennis kam mit... Der war fünf, als er kam. Okay. Und Percy ist der ältere. Ich kenne die ja wahrscheinlich alle vom Sehen auch. Ich glaube, du kennst die alle. Kevin, Jeffrey kennst du auch. Die Namen sagen mir das nicht, weil es ist ja wirklich... Wir reden jetzt von vor 25 Jahren. Ja, genau, genau. Jeffrey war auch... Kevin und Jeffrey waren beide lange bei Fortuna. Kevin ist früher raus, Jeffrey ist lange geblieben. Was sind das für Jahrgänge? 94, 92. Boah, bitte lass... Ach so, okay, so viel, Junge. Lass mich nicht, bitte, lass mich nicht was Falsches sagen. 94, 85, die sind 94. Ja, ich glaube schon. 94, 92, lass mal dabei. Ja, genau, ja, doch, doch. Ja, 94, 92, ja. Okay, nee, da war ich ja schon lange weg. Die waren ja viel jünger als ich. Aber, okay, dann sind die rüber und auch direkt nach Düsseldorf? Ja, nee, mein Vater ist zuerst nach Berlin. Dann gab es einen Anruf von seinen Jungs aus Düsseldorf. So, jo, wir sind jetzt, wir sind hier in Düsseldorf, Kieferstraße, komm mal rum. Und dann ist er von Berlin direkt nach Düsseldorf. Und deine Mama war wo? Sie ist auch von Ghana dann, aber sie wurde, sie ist dann später gekommen. Mein Vater ist gekommen und dann ist sie wieder zurück, meine Mama abgeholt und dann sind sie zusammengekommen. Crazy. Ja, ja, ja. Weil die gehört haben von Familie, okay, man kann da arbeiten, ein bisschen Geld verdienen, hier ist besser oder was? Mein Vater war in einer, die sind so eine Soldatentruppe. Das ist eine Soldatentruppe, mein Vater war Soldat, seine Jungs waren alles Soldaten und die sind peu a peu nach Deutschland und haben sich dann erzählt, ey, wir gehen dahin, da, 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 da. Und dann ist mein Vater irgendwann so, ja, okay. Aber machen denn afrikanische Soldaten in Düsseldorf? Naja, damals im Rawlings in Ghana, der Präsident damals hat ein bisschen aufgeräumt. Okay. So, Mutomäßig oder was? Nicht ganz so schlimm. Nicht so aggressiv, weißt du, aber der hat ein bisschen aufgeräumt auf jeden Fall. Und dann, ja, dann sind die Soldaten, die dann damals halt nicht für ihn gearbeitet hatten, die sind dann so peu a peu abgehauen, ja. Crazy, weil das gibt ja eine riesen ghanaische Community in NRW und Düsseldorf, also Düsseldorf safe, aber ist das auch so ein NRW-Ding? Kann man sagen, NRW? Es ist Düsseldorf und dann, also die erste, die größte ist in Hamburg. Ah, okay. Ja, genau. Und danach Düsseldorf und dann gibt es in Duisburg noch. Aber hier sind wir nicht so vertreten, das ist gar nicht so vertreten, ne? Nee, nicht so, nicht so. Ich meine, ich habe jetzt, meine Ex-Frau hat mir jetzt vor, ich glaube, zwei Tagen so bei Instagram ein Reel geschickt von einem sierra-leonischen Restaurant, so ein Typ aus Sierra Leone, der irgendwie Essen macht in Neukölln. Krass. Ja. Warst du da? Nee, noch nicht. Das hat die mir, jetzt, guck mal, die Leute, die das nur hören, sehen diesen Blick gerade nicht. Das ist derselbe Blick, dieses, die Leute haben gesagt, ich muss erst mal und dann sofort, sofort. Warum warst du noch nicht da? Ja, ich hätte jetzt die letzten zwei Tage, ja. Ich wollte, weißt du was, ich gehe ja meine kleine, ähm, von der Kita abholen, äh, gleich und dann fahre ich mit der da hin. Dankeschön. So. Dankeschön. Also, jetzt musst du es natürlich auch machen, weil es auf Kamera ist. Und, ähm, ich weiß, ich weiß, dass ich da, ich bin ja so ein Essensspasti und ich weiß, dass ich da wahrscheinlich, das ist mir voll schwerfallen, wird da irgendwas zu probieren. Warum? Was meinst du mit Essensspasti? Was hast du? Ich habe einen ganz, ich habe einen ganz schlimmen Geschmack. Also, ich probiere nichts. Wirklich, also, äh, Salz ist für mich ein crazy Gewürz. Reis, Kartoffeln, Fleisch, aber ohne jegliches, äh, Soßen wird schon hart, Gemüse wird hart, äh, deswegen. Und ich. Du magst, du magst, also, du bist kein Fan von Gewürze? Nein. Nein? Nein. Also, ganz milde Sachen sind für mich schon brennt, brennt im Hals. Ich kann nicht scharf. Ja, ja. Das ist, und ich bin, und ich probiere auch nichts Neues. Ich bin jetzt 40, das ist so, so peinlich. Ja, ich bin, ich bin ganz ehrlich, so, du musst. Ja, aber ich. Ja, nee, nee, du musst. Weil, das Ding ist, du, was, 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 was halt, was halt, ne, was halt für dich, ähm, herausfordernd sein wird, ist, wenn du irgendwann in Serialone, Serialone bist. Ja. Ja. Und dann mit den Leuten zu tun hast, in Gespräche kommst und irgendwann merkst, dass du immer mehr dich zum, dich so in ein Alien verwandelst oder das Gefühl hast, du bist ein Alien. Weißt du? Ja. Ich mag das nicht, ich will das nicht, ich will dies nicht, ich will da, 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 da. Ich hab das ja hier schon. Ganz genau. Ja. Und wenn das andere Leute machen, gehen sie dir irgendwann auf den Sack. Und du wirst irgendwann in der Position sein, weil du dann dort bist, in Afrika, dass du dann denkst, boah, ich will den Leuten gar nicht auf den Sack nehmen. Aber haben die da kein Meckes? Weißt du, die haben in Afrika McDonalds? Natürlich haben die McDonalds, kommt schon Schwarz, alles gut, natürlich. Weißt du, krass? Erstmal KFC-Eröffnung in Accra, in Ghana, die Leute sind durchgedreht. Ja. Oh mein Gott, die haben KFC in Ghana. Ja, das ist normalerweise, das ist Ami-Shit, das ist Ami-Shit, wenn das jetzt auf einmal da ist. Nee, aber, also ich werd da mit der gleich hin und ich werd dann irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie Reis mit irgendwas, also irgendwas muss ich ja auch essen. Ja, also bestell etwas, das sehr nah an dem ist, was du eigentlich essen würdest. Ja, und dann würde ich ja schon denken, so, was ist mit dem los? Genau, und dann reißt du dich zusammen und isst es auf. Au. Ja. Ja, und dann gehst du raus. Nee, eigentlich will ich dir ja nur hin, um dem auch Fragen zu stellen. Ich will dem eigentlich meine Geschichte erzählen und Tipps von dem haben und so wissen, ob ich den fragen kann, wenn ich mal da hin will, ob der irgendwas... Ja, aber das... Aber dafür muss ich aufessen. Dankeschön. Weil das Ding ist halt, das ist halt unhöflich, wenn du zu jemandem nach Hause gehst, so bin ich groß geworden, du gehst zu jemandem nach Hause... Nies, und deswegen ist Religion scheiße. Das hat nichts mit Religion zu tun. Du gehst zu jemandem nach Hause und du isst dein Essen nicht auf. Doch, du isst nichts auf. Das heißt... Meistens probiere ich nicht mehr, also meistens probiere ich es so, ne, sei mir nicht böse, aber... Wenn du nicht probierst, ist es all good. Ja. Obwohl... Das ist auch unhöflich. Das ist auch unhöflich, ja. Wenn du in ein ghanaisches Haushalt, in einen ghanaischen Haushalt gehst und du willst dort das Essen nicht probieren, ist es schwierig. Ja. Ja. Deswegen war ich, glaube ich, noch nie in einem ghanaischen Haushalt. Ich würde das also... Hiermit lade ich dich ein. Ich komme auf gar keinen Weg. Aber du bist doch ein bisschen nicht schon... Hast du einen ghanaischen Haushalt? Ist das bei dir ein ghanaischer Haushalt? Nein, oder? Nein, das ist schon... Also ja und nein. Ja, doch schon. Weil ich bin ja in einem ghanaischen Haushalt groß geworden. Ja. Und ich lebe so ein bisschen das, was mir meine Eltern mitgegeben haben. Ja. Und ja, ich habe mich natürlich auch so geöffnet... Aber riecht es bei dir so wie... Und Leute, die keine Ahnung haben, denken sich jetzt so... Und Leute, die keine Ahnung haben, denken sich jetzt so... Was ist das für eine ekelhafte, rassistische Frage? Aber notet bitte, er hat diese Frage ganz normal aufgenommen und ganz nüchtern beantwortet. Weil wir beide wissen, was gemeint ist. Ja, 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 ja. So. Und deswegen... Und ich kann das erklären, weil A, ich benutze nicht mehr die Creme, die wir früher benutzt haben. Das ist das eine Ding. Ja. Weil es sehr viel Chemie und ich bin so... Aber das war so schön. Ja, ja. Und diese Cocoa-Butter-Zeit. Ja, ja, das ist... Genau. Alle am glänzen. Alle Schwarz am glänzen. Alle am glänzen. Jetzt benutze ich Sherbata und so Quatsch. Das heißt ab. Das bringt auch manchmal ein bisschen zum Glänzen. Ja. Und dann ist es natürlich auch das Essen. Man probiert sich ein bisschen anders aus, weißt du? Ich esse es schon sehr Ghanais. Also ich koche auch sehr Ghanais so. Aber ich probiere hin und wieder auch mal was anderes. Aber du kochst dann wirklich selber... Also bist du einer von denen, die so eine halbe Stunde, 40 Minuten selber für sich kochen und dann einfach essen? Ja. Weil ich kann das nicht nach... Also ich koche so nicht 40 Minuten und dann so zwei Minuten... Ich liebe Essen. Ja. Ich liebe Essen. Ich liebe gutes Essen. Das, was du hast, wo du sagst, du magst kein Gewürz. Ich habe ein Riesenproblem, wenn Essen nicht gewürzt ist. Ja. Das bedeutet, ich bin sehr picky manchmal mit Essen. Weil ich halt... Ich brauche Essen, wo Menschen keine Angst haben, Würze reinzuknallen. Aber gehst du dann... Weil ich natürlich bin ein Albtraum für jedes Restaurant, weil ich sage, okay, kann ich das haben, aber kann das vielleicht das, das vielleicht nicht, das vielleicht nicht. Aber bist du dann so nach dem Motto, könnt ihr vielleicht ein bisschen... Was ist denn? Ihr habt ja was mit Feuer da, oder? Ja, ich muss sowieso alles nachwürzen. Wenn ich irgendwo essen gehe. Okay. Ja, ja. Und also, es kommt immer drauf an, weißt du? Aber was ist dein Go-To-Gewürz? Ich kenne es wahrscheinlich sowieso nicht. Mein Go-To-Gewürz, also... Was ist der Shit? Was ist das Gewürz, wo du sagst... Ich sag mal, ganz simpel, Salz. Also, die Menschen benutzen kein Salz. Ganz simpel. Salz ist doch kein... Salz. Die Menschen benutzen kein Salz. Für dich ist... Ich finde, das ist Salzen. Guck mal, Salz... Salz irgendwo nochmal drauf machen. Das ist doch kein Nachwürzen. Sei mir nicht böse, aber... Salz und eine Sache, womit ich mich angefreundet habe. Also, es gibt in Ghanaischen etwas, das heißt Meco. Auf Spanisch heißt es Habaneros. Das hört sich nach dem Gewürz an. Genau, das sind diese Chilischurten, aber die sind in keiner Kultur oder in wenigen Kulturen sind die drin, außer in der afrikanischen Kultur, weißt du? Das heißt, das ist halt in den ghanaischen Gerichten ist es immer drin. Aber kriegst du das hier im Afro aus, kriegst du das irgendwo? Ja, klar. Das heißt, das ist drinne so und das gibt Schärfe, aber auch Geschmack. Und das ist halt nirgendwo drin. Also, freundest du dich damit an. Ich mag auch nicht nachschärfen, das mag ich nicht. Tabasco ist für mich, das schmeckt ganz, ganz ekelhaft. Kommt hier aus ganz widrigen Verhältnissen mit acht Kindern nach Ghana. Aber sitzt jetzt hier in der ersten Welt, ne? Also, nachschärfen mag ich überhaupt nicht. Ja, erzähl das mal den Verwandten in Accra. Greetings out of the first way. Ey, wir übersteuern hart, wenn er lacht. Wenn du laut lachst, musst du weglachen auf jeden Fall vom Mikrofon. Sorry, sorry, sorry. Alles gut. Oh Gott, ja. Genau. Crazy out of the way. So, Salz, ja. Ich sage auch immer wieder so, ey, in Deutschland sage ich, Freunde, lernt Salz. Ja. Salz, also. Aber ich kenne zum Beispiel nur Salz, deswegen ist das für mich so, hey, ja natürlich, also was denn sonst? Ja, du hast mit Salz schon alles richtig gemacht, aber viele Menschen tun sehr wenig Salz rein, weil es wurden vielen Menschen noch erzählt, dass zu viel Salz nicht so gut ist und so weiter und so fort. Okay, ja, scheiß da drauf. Aber ich habe jetzt, wir sind ja gar nicht, wir sind bei Düsseldorf, wie wir abgeschweift sind, ist ja auch egal. Auf jeden Fall bist du, seit wann bist du überhaupt in Berlin? 2006. So früh? Mhm. Crazy. Boah, ich bin seit 13. Das heißt, du bist ja schon mit 85, 21 bis hierhin. Mhm. Krass. Und warum? Ich habe damals die Castingshow gewonnen mit Detlef De Soust, diese Danestar, Danestar hieß die Show. Ja. Und da habe ich mitgemacht und habe dann gewonnen und mein Preis war ein Jahr lang eine Wohnung in Berlin. Was ist das für ein geiler Preis? Ja, ja, und ich hatte, das Krasse ist, ich war zu der Zeit in Düsseldorf und hatte keine Bude, das heißt, ich habe bei Freunden auf der Couch gepennt so und dann habe ich das Ding gemacht. Du hast getanzt um dein Leben. Um mein Leben getanzt. Und dann bin ich hergekommen. Und die, also ich wollte Schauspieler werden, ich wollte Schauspiel studieren und dachte so und habe dann die Show gewonnen. Ich will erst mal wissen, warum du in Düsseldorf keine Bude hattest. Ähm, boah, Broke Mentality. Also ich habe zum Beispiel, ich bin aus Wohnungen geflogen und musste teilweise im Kinderzimmer meines besten Freundes pennen, also ultra, also Absturz, aber ich habe, weil ich halt all mein Geld verzockt habe. Ich bin halt ins Casino gefahren, Anzug angezogen, meine Miete auf schwarz gesetzt, rot kam, auf dem Weg nach Hause, auf dem Weg nach Hause beim Schwarzfahren erwischt, so. Oh Gott. Und irgendwann kommt der Vermieter, da muss man, äh, ja. Aber wie, aber wenn man nicht spielsächlich ist, wie, wie kann man denn da keine Wohnung haben? Boah. Also nicht arbeiten wollen? Ja, das ist mein Problem gewesen. Ähm. Warst du, du warst echt mal faul? Nein, ich war nicht faul. Ich war nicht faul, ich habe nur, was ich nicht, und das, ich, das hört sich merkwürdig an, aber ich habe nicht verstanden, irgendwo einfach arbeiten zu gehen, nur für Geld. Das habe ich nicht verstanden. Das verstehe ich jetzt nicht. Okay. Ähm, ich habe natürlich einen Job gesucht, so, habe mein Abi gemacht, so, und, äh, habe einen Job gesucht, und da war dann, du, ne, du fängst erstmal an, wie bei Burger King zu arbeiten, und dann habe ich bei Burger King gearbeitet, und dann, ähm, habe ich einen Job bei Otto Mess, was jetzt Rewe ist, so, ne, äh, dann hast du so Regale eingeräumt und so, und ich dachte, was mache ich hier? So, was ist das so? Hungerlohn auch. So, Hungerlohn, und du kriegst halt ein bisschen Geld, und dann bezahlst du irgendwas, und dann darfst du das wieder machen. Für was? Ja, ja. So, und ich habe, ähm, ich habe Tanzen entdeckt, so. So, und das ist sinnvoll, weißt du, wenn du tanzt, das ergibt, du, du, du spürst den Sinn des Lebens, wenn du tanzt. Ja, aber es bringt erstmal kein Geld, das ist das Problem. Genau, es bringt kein Geld. Erstmal bruttlose Kunst, erstmal. Genau. Und dann war die Frage, okay, alles klar, wie kann ich denn, wie kann ich damit Geld verdienen, weil ich habe keinen Bock, irgendwo rumzustehen und irgendwas zu machen, was keinen Sinn ergibt, wieso räume ich ein Regal ein, so, es macht Sinn, das muss gemacht werden. Natürlich. Aber es hat für mich keinen Sinn gemacht. Das ist ja bei vielen Künstlern so, dass die, dass die in normalen Jobs nicht funktionieren können oder nicht greifen können, warum. Genau, das hat für mich keinen Sinn gemacht und ich habe dann jeden Job, den ich angefangen habe, ich habe dann wirklich maximal drei Monate ausgehalten und dann wurde ich irgendwie gekündigt, aus welchen Gründen auch immer, so, weißt du, Eugene kam zu spät, Eugene ist irgendwie heute nicht aufgetaucht oder was auch immer so, ne. Ja, okay, ich habe keinen Bock gehabt. Und dann, genau, dann fährst du natürlich auch mit der Bahn und kannst dir keine Fahrkarte leisten und dann wirst du erwischt und solche Sachen. Okay, Schwarzbahn, genau, Mahnungen. Und so und dann bist du, hast du sehr viele Schlägereien und solche Geschichten und dann musst du irgendwie dies zahlen und dies. Ja, Schlägereien gab es. Komplett, ohne Schlägerei, durch mein ganzes... Echt? Mhm. Ernsthaft? Mhm. Boah, Respekt. Ich hatte mindestens jedes Wochenende eine Schlägerei. Aber wegen... Mit, mit allen Sorten... Natürlich, mit allen Sorten von Menschen, mit allen. Wenn, wenn du dich nicht mit irgendjemandem Club prügelst, dann bist du in einer Schlägerei mit der Polizei und entweder kriegst du aufs Maul oder du kannst auch ein paar verteilen, was auch immer. Also, wir waren... Du hast dich mit... Du hast schon mal einen Polizisten gehauen, aber... Nein, ich habe keinen Polizisten gehauen. Gewehrt hast du dich? Ich habe mich gewehrt. Okay. Ja. Aber Junge, ui... Ja, aber wenn ihr mit 20, äh, in den Jüngern unterwegs seid, dann ist doch klar, dass irgendwann knallt. Ich meine, ich kenne die Brüder ja auch. Gott, natürlich, ne? Also, wenn wir dann, wenn wir dann in der großen Gruppe sind, so, das heißt, guck mal, wenn, du siehst fünf Schwarze, ne, an einem Ort in Deutschland, der Rest drumrum wird nervös. Ja, klar. Egal, ob sie Bock haben, Palabe zu machen oder nicht. Ja. So. Und dann führt das eine zum anderen so, ey, was geht? Warum guckst du? Warum guckst du? Und dann geht's los. Weißt du? Und habt ihr euch auch mit Cays gehauen? Ja, klar, mit allem. Okay. Ähm, ähm, Nazis, ähm... Marokkaner, Tunesier. Aber warum, was war das Ding? War das so, äh, hier so, äh, wir sind hier Black United, wir lassen uns nicht unterkriegen, wir sind in die Naka Daka. Ja, genau. Solche Sachen. Okay. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Du gehst in den Club rein? Nein. Wieso kommen wir nicht rein? Ja, heute keine Schwarze. Wie heute keine Schwarze? Okay, das war damals, stimmt ja. Weißt du? Mhm. So, da läuft Hip-Hop-Musik, das ist unsere Musik. Warum kommen wir nicht rein? Ja, der Chef hat gesagt, nicht zu viele Schwarze. Wie? Ja. Ey, Ruhe, geh mal zur Seite. Nein, ich bin nicht ruhig. Durch der, ja, okay. Dann geht's los. Ja, okay. Weißt du? Und schon eskaliert es. Ja. Und dann kommt jemand anderes, der weiß ganz genau, er kommt rein, er verpiss, ich mal, geh mal zur Seite, lass mal rein. Was hast du gerade gesagt? Und dann geht's los. Wenn wir mal so, heute keinen Schwarzen, ich so, ich bin ja kaum tatsächlich hier. Äh, was hast du gesagt? Guck mal. Krass. Ja, das ist so ein, das ist so ein Bewusstsein, das ich bewundere, auch so bei Menschen, die sagen, boah, wenn jemand Neger sagt, das macht mir nix, so was ich meine, bin ich so, wow, Respekt, wenn ich das Wort höre. Also ich unterscheide ganz klar zwischen Neger und der deutschen Variante. Das unterscheide ich komplett. Krass, ich überhaupt nicht. Voll. Für mich ist das eine wirklich so, das ist, da krieg ich Gänsehaut, das ist ein Schlag ins Gesicht, das ist so, ich hab diese 400 Jahre, das andere ist für mich so, Deutsche wurden falsch erzogen, weil sie es nicht besser wissen. Ja. Das ist eingedeutscht, aber das knallt für mich nicht so wie das andere. Ja, nur wenn du falsch erzogen wurdest, dann wirst du jetzt erzogen. Okay. Aber für mich ist auch, für mich ist auch vielleicht, weil ich so ein Phonetik-Menschen beflügt, für mich ist der Sound auch nicht so. Also es ist so die deutsche, harmlose Variante, das sind alte Menschen, die das benutzen, die nicht wissen, dass man die nicht mehr so nennt. Also wenn einer jetzt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass einer vor mir steht und wenn er das jetzt, wenn er das Wort, wenn er ganz böse zu mir sagt, hör mal zu, du Neger, ist so, oh mein Gott, voll süß. Krass. Droppt das auf Englisch und das ist, da ist ein anderer Bums hinter, da ist. Ja, ja, für mich war das wirklich the same, weil es war immer so Diskussion, Diskussion, da, 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 die wissen nicht, was sie sagen sollen. Scheiß Digga, war das meine? Und dann kommt. Und dann, da muss ich was tun, weil der Grund, warum ich auch, also A, hat es mich krass verletzt und ich wusste immer, wenn ich nichts mache, macht er beim nächsten wieder. Macht er beim nächsten wieder und ihn wird es auch krass verletzen. Das heißt, ich muss jetzt da durch, weil ich, ich erfahre das gerade, ich muss jetzt hier durch, damit du den Quatsch nicht bei jemand anderem machst und ich weiß nicht, was der andere dann mit dir anstellen würde und was dann mit ihm passiert. Ja. Deswegen kläre ich das jetzt. Okay. Und wenn du es nicht vernünftig verstehen kannst, es gibt mehrere Varianten, dich zum Verstehen zu bringen, weißt du? Ja, das ist so krass. Vor allem, wir hatten, ich weiß, wer war denn das Nummer? Fred. Ja. Ah, den haben wir noch vergessen. Puffy. Puffy, genau. Fred Adomarco, Puffy von den Nakadakas, mit dem habe ich in der ersten gespielt und wir waren mal Bowling und so Thema Sensoren und der Typ hat eine Durchsage gemacht, der wollte nur sagen, die bunten Kugeln bitte so und so und die einfarbigen bitte so und so und der hat aber, der hat gesagt, so, eine kurze Durchsage, alle farbigen Kugeln und keiner und nur ich und der Puffy waren so, hast du auch gehört? Der meinte so, ja, ich dachte schon, und alle waren so, alle waren so ein Bowling, aber du bist so sensibilisiert für sowas, das ist wirklich, das ist krass sowas. Das ist schon krass, Mann. Ich habe aber, dann hast du ja wirklich, dann hast du ja 100% Rassismus, Schlägereien, äh, 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 Grabenkämpfe, Straßen, Gang, Scheiße, aus Düsseldorf mitgenommen. All the way. Und dann siehst du, oder hast du wahrscheinlich gar nicht gesehen, aber siehst du mich halt, wie ich so, äh, unversehrt aus Düsseldorf rauskomme nach Berlin und ich sage so, bei uns gab es dieses Straßending, so Schlägereien. Das ist krass. Gab es nicht, also ich würde, ich war nie in einer, ich habe mal nach einem Fußballspiel, da hatte ich mal jemand in der Kabine, da habe ich so geguckt, ob wir gewinnen, aber, äh, da habe ich mich jetzt auch nicht dran beteiligt. Krass. Also ich kann wirklich an einer Hand abzählen, dass ich überhaupt mitbekommen habe, dass irgendeiner im Umfeld kassiert hat, also. Selbst beim, genau, selbst beim Fußballspiel, mitten im Spiel, du bist dann der, der sagt, scheiß, Digga, und dann bist du, ja, dann passiert's. Ja, also zu mir wird das einmal gesagt von einem Griechen, in der C-Jugend, mit der hat, da ist ja noch zehn Jahre später, meinte, der weiß noch damals, ich so, ja, hat das so zu mir gesagt, meinte, ich fick deine Mutter, du scheiß Digga, und dann, äh, hat der rote Karte, rote Brate bekommen, und ich war einfach nur so, Schiri, haben Sie das gehört, was er zu mir gesagt hat? So, ich war gar nicht so, oh mein Gott. Das ist aber smart, weil. Nee, es ist nicht smart, das ist Pussy, Pussy ist. Nein, guck mal, guck mal, guck mal, ich würde nicht sagen, dass es Pussy ist. Doch. Der Grund, warum ich sage, dass es smart ist, manchmal, manchmal sind schwarze Menschen, reagieren sie sehr emotional. Ja, so wie Manuel zum Beispiel, so der ist so ein Posterchilder. Hast du den noch am Schirm? Ich, nicht so ganz. Okay, weil der ist so, ein 13-Jähriger schreibt das N-Wort irgendwo auf einem behinderten Chat und der rastet komplett aus. Ja, das ist, äh, ne, das ist, das Extrem jetzt auch. Genau, das ist so nicht rein, was da jemand reinschreibt, so, ähm, aber ich finde, ähm, ich hab jetzt meinen Faden verloren. Manchmal sind Leute zu, zu kurzes Zündschnau. Wir sind, ich glaube, so manche, manche, manchmal sind schwarze Menschen oder reagieren schwarze Menschen ein bisschen zu emotional. Und dadurch, dass wir dann so schnell, impulsiv und so emotional reagieren, ist, verlieren wir diese Zeitspanne, wo wir die Möglichkeit hatten, über etwas kurz nachzudenken und eine smarte Entscheidung zu treffen. Ja. Weißt du? Und deswegen sage ich, das ist smart, weil du sagst, okay, alles klar, wenn ich den Typen jetzt aufs Maul haue, geht es mir gut. Ja, aber weil ich eine Pussy bin, ist das keine Option gewesen. Ja, das, okay, 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 ich verstehe, was du sagst. Aber jetzt haben wir, wir zwei sitzen jetzt gerade hier, weißt du, und wir können so eine andere Perspektive einnehmen und sagen, okay, alles klar, man kann so auf der einen Seite das Pussy-Design rausnehmen und auf der anderen Seite dann quasi das Smarte so ein bisschen reinbringen, weißt du, und sagen, okay, alles klar, ich nutze jetzt, ey, Schiri, haben Sie mitbekommen, was er gerade gesagt hat? Okay, gut, der kriegt die rote Karte, wir sehen uns nach dem Spiel. Ja. Also, ich meine, wir sehen uns nach dem Spiel. Ich hatte Angst nach dem Spiel. Ich hatte Angst nach dem Spiel. Echt? Ich bin in der Kabine geblieben, ja. Oh. Weil der war noch sauer, dass der wegen mir eine rote Karte bekommen hat, obwohl der mich beleidigt hat. Okay, aber ich glaube, weißt du was, ich glaube, ich hatte ein Privileg. Ja. Mein Privileg war, ich war umgeben von schwarzen Jungs. Das heißt, ich wusste, wenn jemand ein falsches Wort sagt und ich hau dir aufs Maul und danach haben wir ein Problem, rufe ich die Jungs dann und und sage, Jungs, Schlägerei. Okay, ja. Und dann, ich habe nie, ich habe nie mit Schwarzen zu tun gehabt. Der einzige, also der härteste, der härteste Black Motherfucker, den ich kenne. Weißt du, wer das ist? Wer? Der Samarto. Und, kurz zur Erklärung, grüße an den, grüße an den Zech, grüße an den Samuel, grüße an den Zech, grüße an den Sammy. Der ist quasi, ihr müsst euch das vorstellen, der ist quasi Carlton Banks aus Eritrea. Oder? Ja, ja. Deswegen, also das ist, und das war der, das ist der Herz des Schwarzes, mit dem ich zu tun hatte. Krass! Ja, das ist... Mit der Einzigen, ich habe nie... Ja, verständlich. Dann, dann verstehe ich aber auch dieses Verhalten, weil die Konsequen... Du hast halt über die Konsequenzen nachgedacht, so weißt du, und... Ja, und es gab es nicht, also es gab diese Situationen einfach nicht. Und wenn die kamen, war ich immer überfordert. Ja. Also es war so, ich war... Man kann sich ja an alles gewöhnen. Ja. Und ich glaube, wenn ich als Kind im Kindergarten mal mich mit jemandem gekloppt hätte, oder in der Grundschule, oder irgendwo, aber es ist einfach nie vorgekommen. Erste Schlägerei Grundschule? Ja. Nee. Direkt mit Marokka? Nein. Ich war der beste Schüler, ich war der Beste im Sport, auf meinem Zeugnisstand, sie sind, sie sind, du bist, Samuel ist, Samuel ist, kommt super schnell mit dem und dem klar, aber er muss jetzt die anderen Kinder nicht unbedingt spüren lassen, dass er ihnen überlegen ist. Oh, wow. So. Krass. Und nicht mit Bulli, sondern einfach mit, oh, bist du doof, hast du die Hausaufgaben nicht, guck mal, 4 plus 2 ist so und so. So, so ein ekelhafter, ja genau, ganz, ganz widerlich. Mhm. Und ich glaube aber, also es ist natürlich schwer aufzuwiegen, aber ich glaube, also als ich älter geworden bin, habe ich es natürlich auch anders gehandelt, aber da ich ja nie jemanden, der mich irgendwie rassistisch beleidigt hat oder so, hauen konnte oder mich nicht getraut habe, ich habe aber super vielen Leuten auf jeden Fall zu verstehen gegeben, dass es nicht mag und die ultra schlecht fühlen lassen und sich haben und die entschuldigen, das tut mir leid, so habe ich es noch nie gesehen, also ich kann das, ich kann gut vermitteln, dass das ein Fehler war. Ja. Und dass du dich entschuldigst dafür. Ja. Und dass du denkst, ich bin ein scheiß Mensch, Alter. Das krieg ich hin. Ja. Das musste ich lernen, weil ich nur aus der Emotion reagiert habe, weißt du, es war nur so, was hast du gesagt? Und die Quintessenz davon ist ja, ja, Schwarze sind aggressiv. Genau. Ja. Weißt du? Ja. Und das Ding ist aber, jetzt haben wir die Quintessenz, Schwarze sind aggressiv, jetzt sagen die Schwarzen, okay, ich will nicht mehr aggressiv sein und dann hast du so Momente, wo Leute sagen, okay, alles klar, wir nutzen genau das aus, dass die Jungs so ein Target auf dem Rücken haben. Ja. So ein wenig, die wollen nicht aggressiv sein, das heißt, die sind jetzt gerade in Anführungsstrichen positivisiert, was ich meine. Okay, krass. Und dann wirst du von irgendwelchen Leuten so gebullied, weil du keine Schwierigkeiten machen willst. Du willst so ein guter Junge sein, weißt du? Aber reden wir jetzt immer noch von damals oder reden wir jetzt schon vom Leben als Erwachsener in Berlin? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es immer noch vorkommt. Jetzt, es kommt, also man ist jetzt schon smart genug und riecht bestimmt. Aber hast du immer noch, hast du Alltagsrassismus, gibt es das bei dir? Ja, klar. Wie, ja, klar. Ich würde sagen, nein. Echt? Ich sage, nein. Jeder lebt sein Leben natürlich und du bist ja auch ein Ticken schwerzeitig. Tatsächlich, ich glaube, das ist auf jeden Fall auch, wenn Leute sich darüber lustig machen wollen, aber das ist ein Riesenfaktor, das weißt du selber. Das ist schon, es ist ein Riesenunterschied, ob du Halfcast bist oder ob du jetzt Full Black bist, das ist ein todes Unterschied. Ja, das ist halt, ne, die Deutschen sagen halt, ja, wir hätten gerne so einen dunklen Typ, aber nicht zu schwarz, das soll ein bisschen was von uns sein, so. Genau. Und wenn die mich sehen, Lightskin, Brille, es ist keine Überraschung, wenn ich jetzt akzentfrei Deutsch spreche. Ganz genau. So. Wenn ich komme, sind die so, bitte was? Ja. So, weißt du? So, und dann läufst du rum mit einem Hoodie oder so und dann hast du noch diese Haare so und dann ist es halt so, Jamaika. Ja, genau. Was ist meine? Und du stellst auch, ich stelle ja sowas von keine Bedrohung für irgendwas dar, wie ich aussehe. Aber du bist theoretisch, könntest du einer von den Haitians, von Bad Boys drei sein. Ja, genau. Ich merke auch, was ich wirklich merke ist, ich merke die Reaktion, wenn ich in einen Raum komme. Ich merke die Reaktion, wenn ich in einen Raum komme. Ich merke die Reaktion, wenn ich mit noch einem weiteren, mit einer weiteren schwarzen Person in einen Raum komme. Und ich merke die Reaktion, wenn ich mit einer weißen Person in einen Raum komme. Okay. Okay, ich sag mal so, aber bei dir ist ja, ich hab ja, da reden wir gleich noch drüber, wo war später noch zu kommen, wegen dem Film, den ich von dir gesehen habe. Bei welchem Thema waren wir jetzt nochmal? Ich merke das, wenn ich in einen Raum komme mit einer ... Genau. Ich glaube, das ist aber auch, weil du halt, du siehst halt krass aus. Also ich hab diesen Film gesehen und du hast ja diesen Anzug an und den Dutt. Und ich dachte mir so, also ich denke mir da nicht so, nice, mein Kollege, sondern ich denke mir so, du Wichse, Alter. Du sahst so gut aus. Also du hast ja auch so eine, du hast ja auch so eine ekelhaft gerade Haltung. Du hast ja so eine richtig majestätische Haltung. Du hast ja dieses ... Oh Gott. Das ist ja wirklich dieses ... Oh Gott. Also so wie so ein Ballerinarücken. Das ist wirklich so ein Balletthändlerrücken. Das ist wirklich krass. Und das spielt auf jeden Fall, glaube ich, auch dazu. Was du dann, glaube ich, spürst, ist dieses, ah, weil ich schwarz bin. Aber ich glaube, du weißt auch, zu einem gewissen Prozentsatz ist es auch, weil du krass aussiehst, wenn du gut angezogen bist und irgendwo reinmarschierst. Und du bist auch nicht klein. Du hast ein Kreuz und wie gesagt, dieses Majestätische. Und wenn die Haare, du bist einfach eine krasse Erscheinung. Das spielt ja auch noch dazu. Ja, das kommt dazu. Ich glaube halt so, ich danke dir erstmal. Das ist selber alles. Aber du darfst nicht sagen, weil du gut erzogen wurdest. Aber ich darf. Herzlich. Ich glaube halt, das Ding ist so, ich weiß halt so, ich weiß damals zum Beispiel, wenn ich mit meinem Vater zur Ausländerbehörde gegangen bin und wir wollten dann unser Visum verlängert bekommen. Ich kenne den Blick von dort. Ah, okay. Weißt du? So, ich kenne den Blick, wenn mein Vater oder meine Geschwister in die Bahn eingestiegen sind. Von Leuten. So, ich kenne den Blick von den Leuten. Ich weiß, wie sie sie angeguckt haben. Ich weiß zum Beispiel, dass wenn ich in die Straßenbahn eingestiegen bin und ich wollte, ich habe, und die Bahn war voll und ich wollte einen Sitzplatz haben, wusste ich, neben dem Schwarzen finde ich immer einen Sitzplatz. Ja, klar. So. Und ich wusste, ich kenne den Blick, wenn ich mich in eine Bahn reingesetzt habe und jemand ist aufgestanden, weil ich mich neben die Person gesetzt habe. Okay, krass. Und jemand ist aufgestanden und ich habe den Blick gesehen. Mhm. Und ich habe, und du spürst, und du wächst halt so auf, weißt du, und dann kategorisierst du und du packst diese Dinge in so Schubladen und so und du weißt dann, das ist das, das ist das. Das heißt, du kommst in den Raum innerhalb von zwei Millisekunden, weißt du ganz genau, wer hat ein Problem, wer ist ein bisschen eingeschüchtert, wer denkt, wer hat denkt. Wer bewundert einen gerade, wer ist sauer, wer ist neidisch. Ganz genau. Okay, krass. Das heißt, du kannst alles so ein bisschen kategorisieren. Kategorisieren, das ist das richtige Wort, ja. Und, aber du, es gibt ja noch einen Faktor, den du nicht kennst und das ist ja dein Gesicht oder wie du rüberkommst. Das heißt, es gibt ja auch, wenn du jetzt mit einer anderen schwarzen Person, sei es eine Frau oder Mann, irgendjemand in den Raum reinkommst oder alleine reinkommst, super interessant, weil, also erstmal, erinnere mich gleich nochmal dran, weil, also du findest ja einen anderen Etablissement statt, als ich jetzt zum Beispiel, weil ich bin jetzt im Battle Rap, im Hip-Hop und da ist schwarz sein Trumpf und ich bin jetzt nicht mal schwarz, aber ich gehöre da ja mehr hin als jetzt, keine Ahnung, in eine Oper, sagen wir jetzt mal doof gesagt. Aber du bist ja, wenn du jetzt quasi, du bist ja, wenn du in einem weißen Business unterwegs bist, im Filmbusiness, das ist eine weiße Produktion, weiße Produzenten, eine weiße Filmgala und dann läufst du als Einzelner da rum, ist ja nochmal was anderes. Lass mich nochmal kurz zurückkommen. Du weißt halt nicht, wie du rüberkommst und wenn du jetzt halt ein, ich weiß ja nicht, wie du bist, so gut kennen wir uns jetzt auch nicht, aber wenn du einen scheiß Tag hattest und mit einem Hassgesicht irgendwo reinkommst, nach dem Motto, ich hab keinen Bock hier zu sein, wirkst du natürlich auch anders, als wenn du jetzt weißt, okay, ich kick heute einen Preis. Ja, 100 Prozent. Das ging mir auf den Sack, weil ich hab zu Hause mal Ärger bekommen, wenn ich ein Hassgesicht hatte, was ich meine, weil man hat das immer mitbekommen, das heißt, ich konnte meine Gefühle nicht verstecken, so ne, das hab ich immer mitbekommen, das heißt, ja, auf jeden Fall krieg ich das schnell mit, dass jemand sagt, was ist los mit dir? So, ich denke, hör, was ist los, ich hab doch nichts gemacht, so. Also du weißt, wie dein normales Gesicht rüberkommt? Genau, ich weiß, wie mein normales Gesicht rüberkommt und ich weiß auch, dass ich, ich weiß, dass ich im Vergleich zu meinen Jungs netter rüberkomme. Ja. Und der Grund, warum ich das sage, ist, ähm, ähm, und zwar, guck mal, ähm, als Yoga-Typ, ne, gehst du halt in Clubs und so weiter, ne, und du willst halt eine Frau mitnehmen. Ja, natürlich. Weißt du, du willst eine Frau abschleppen und so weiter und so fort. Und ich konnte das nie so machen wie meine Jungs. Ja. Weil meine Jungs, so, nicht alle, aber einige von denen haben dann gesagt, okay, alles gleich, ich nehme heute einen mit und ciao, Kakao, so wie gesagt. Ich war dann auch Team Du. Ja, okay, bei mir ging es gar nicht. So, und bei mir ging es nicht, bei mir war direkt, ich hab einen kennengelernt, da habe ich alles unterhalten, wollen wir eine Beziehung führen oder nicht, weißt du, was ich meine. Bei mir war es genauso. Und ich dachte so, ich wollte heute cool sein, aber warum bin ich nicht cool wie die Jungs? Du kannst dich hinstellen und sagen, ey, du, das kommt nicht, kommt nicht, kommt, es kommt einfach nicht authentisch. Nein. Ja, ich bin auch teilweise, ich habe, ich kenne, das kenne ich so gut, was du beschreibst, ich so, okay, der sieht jetzt auch nicht besser aus als ich und so, aber das ist einfach, man kann nichts, great, cool, gefühllos und dann, dass die Frau so ist, so, mein Gott, der hat mich einfach, ich musste gar nichts machen, der hat mich irgendwie, und das ist, nee, sondern dann, hey, na du, und, was sind so deine Hobbys? Ich hab ja so, so hab ich mal, ey, so hab ich mal, glaub ich, den wahrscheinlich besten Dreier meines Lebens verkackt. Soll ich dir eine Situation erzählen? Ich weiß nicht, ob die Leute das, aber da war ich, hab ich ein Battle gehabt und das war das Battle überhaupt und ich hab da alles, alles auseinandergenommen, der Raum, 700, 800 Leute, das hat alles mir gehört, Gänsehaut, Hund, Katze, Maus, Mann, Frau, alle haben mich gefeiert und ich komm von der Bühne runter und da sind so zwei Ollen aus Hamburg, ganz in schwarz, schwarze Klamotten, alles hochgeschnallt, also Top-Schüsse, hey, geil, was du gemacht hast und ich war so, soll ich euch erstmal was zu trinken? Und ich schwör's dir, ich hätte sagen können, ihr beide sofort mit aufs Klo. Aufs Klo ist kein geiler Move, aber wir fahren jetzt Taxi, ihr zahlt Taxi, wir fahren jetzt zu mir. Die hätten gesagt, ja, klar, alles, was du sagst. Wollt ihr nicht irgendwas trinken? Wie heißt ihr überhaupt? Oh Gott. Warum? Ja, ja. Ich Idiot, warum? Ja, same deal. Weil ich bin so. Same deal. Ich kann, ich komm über, kennst du selber, Konversation. Genau. Ne, eventuell mal planen, vielleicht eine Nummer, ansonsten sieht man sich mal wieder, ich bin der so und so, wer bist du überhaupt? Genau. Ja, ja. Sollte ich dir sagen. Ja, ja, ja. So, genau das. Genau das. Und das hab ich, ich hab, ich wollte wirklich, ähm, ich wollte wirklich es irgendwie schaffen, so cool zu sein, wie die Jungs, aber ich hab's irgendwie. Wenn man sich isst, dann isst man es nicht. Ja, aber das war, ich musste es irgendwann akzeptieren und die machen sich natürlich, also es gibt ganz viele Storys, worüber sie sich lustig machen, was ich alles verkackt habe und wo ich einfach nicht gepunktet habe und sage, hey, du bist so ein Amateur, was fang mit dir los, ey. Es gab einen Spruch, es gab einen Spruch, niemals so lange wie Yujin. Das war der Spruch von deinen Jungs. Wirklich, oder? Ja. Es war einfach so Running, ich war so wirklich, ja, Yujin, ey, du hast es, du angestellt hast, sorry. Ich hab so lange, aber auch die Klarzimmer, aber so, Yujin lange, oder? Nein, genau, genau. Krass, Alter, ja. Also, ich hab da gestern, ähm, also meine Recherche auf die, ich bereite mich eigentlich nie vor, weil ich immer davon ausgebe, dass wir eh einen geilen Weib haben mit den Gästen. Geil. Und ich hab dann aber gestern, ich hab die Kleinen ins Bett gebracht, hab nach Fußball, Champions League geguckt, da war so elf und dachte ich mir so, stimmt, der hat ja einen Film, den sollte ich, also einen großen Film, äh, Borger, heißt der oder hieß der und hab dann geguckt und dachte ich mir so, ach, nimmst du auch Netflix, krass, der wurde mir gar nicht vorgeschlagen. Ich so, okay, dann geh ich auf Netflix, seh so dein Gesicht da, schon mal Film, weil das bist halt du, ich kenn dich von früher und dein Gesicht ist so einfach Netflix-Kategorie, der Film heißt Borger und ich dachte mir so, und ich hab den schon vorher von dem Film gehört, als er aktuell war, von 2021, dachte mir aber, das ist nicht so mein Thema, also, ich weiß nicht, ob ich den geil finde und nicht nur, weil die jetzt hier sitzt, also, ich hätte ja auch, mittendrin dachte ich mir so, ja, jetzt wird's grad ein bisschen langweiliger, ich könnte es auch ausmachen und dann hätte ich aber auch heute gesagt, sei mir nicht böse, aber Hälfte hab ich geschafft. Ich hab bis zum Ende geguckt, ähm, weil ich den Film wirklich gut fand und ich weiß aber nicht, wie viel prozentual da dran ist, dass, weil ich dich halt kenne und unbedingt sehen will, wie du das machst, oder, aber soll ich ja sagen, was das Einzige war, weil ich halt, ich bin halt ein Hater, ich bin halt relativ, das Einzige, was ich an dem Film nicht so gut fand, ist, wie schnell, oder vielleicht hab ich das mitbekommen, wie schnell du von, ähm, Penner, kein Deutsch und dann warst, dann warst du zu schnell comfortable mit, äh, Anzug rumlaufen, so das, 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 diese Bewegungsapparat, du bist einmal, du bist am Anfang so gelaufen, wie so ein, wie so Kimbo Slice auf dem Weg zum Straßenkampf und dann hast du so ein Deal gemacht und auf einmal war so, ah, okay, ich weiß jetzt, wie mein Geld umgeht, das war so ein bisschen, das war so ein bisschen unrealistisch, der Sprung war mir zu schnell, aber, äh, man, die Storyline ist krass, der Film ist krass und ich finde, ähm, also ich bin froh, dass ich sagen kann, weil sonst hätte ich jetzt, hätte ich jetzt gar nichts gesagt, ich finde, du kannst wirklich gut schauspielern, Alter. Danke dir, Mann. Das ist krass. Danke dir, danke dir, danke dir, danke dir. Also, auch diese, diese Szenen, wo du, ähm, war das Tui, habt ihr Tui gesprochen? Mhm. Wo, wo ihr euch da fetzt, also, äh, und dieses, äh, also wie du mit der Schauspielerin da flirtest, das ist, das ist, äh, nicht, ich brauch so lang wie Yujin auf jeden Fall, das ist, Yujin macht ganz schnell, ne, innerhalb von zwei, drei Minuten hast du, den, den Clip hätte ich sofort meinen Jungs geschickt. Echt? Guck mal, wie schnell das jetzt geht. So auf spaßmäßig. Genau, das war so, also voll viele, so, ähm, ja, emotionale Varianten drin und wirklich, also richtig, richtig gute Schauspieler, das waren, ist ein geiler, also auf jeden Fall zu empfehlen, Borga heißt der. Und, ähm, natürlich, erste Frage, die dann jedermann stellt, ist, die Sexszene, war die, sagst du, wow? Wow, ja, wow. Ja, schau dir zu. Ja, war die? Bitte? War das original, oder? Original? War die Double? Nein, natürlich nicht Schein gehalten, aber. Was meinst du mit Original? War das eure Körper? Ja, ja. Aber ihr wart nackt, ne, sie, haben wir nicht ganz gesehen, aber du warst zumindest nackt dahinter. Erzähl mal kurz. Wie gesagt, der Podcast heißt, gib mal Feuer. Okay. Ja, du musst natürlich nicht alles, also du kannst erzähl, was du möchtest, aber. Ich bleib so professionell wie es geht. Ja, genau. Ähm, das war meine erste Liebesszene, ähm. Und dann direkt so eine. Und dann direkt so eine. Das ist eine krasse Szene. Ja, und ich hab, ich hab wirklich, ähm, ich hab mit, äh, Jörg, Jörg Fabi Rabe, der Regisseur, ich hab mit denen wirklich, ich hab gekämpft. Ich hab gesagt, können wir die, können wir die Szene bitte rausnehmen? Mhm. Oder zumindest irgendwie mit Unterfisch oder irgendwas anderes. Ne, ich wollte die einfach komplett raushaben. Okay. Weißt du, weil ich dachte, wer braucht das so? Ja, Eugene, wir haben wirklich, ähm. Ich würde kurz sagen, ich hab die auch gebraucht. Also schon. Echt? Ja, ja. Okay. War ein guter Cut. Das ist krass, das ist krass, weil das ist, wirklich, ich hab so viel, also du meinst ernst, du hast wichtig. Ja, ja. Echt? Das ist wichtig, das ist wichtig. Das ist so krass, weil ich brauche gar keine Liebesszene. Und ich dachte, kein Mensch. Ja, du bist ganz lieber. Pornoskette nur vom Hörensagen, natürlich. Nein, nein, nein. Erzähl weiter. Das ist was anderes. Also, ich meine, wenn man sich ein Porno reinzieht, ist das anders, als wenn man sich einen Film anguckt. Ne, doch, das ist schon eine wichtige, also schon, ist ein guter Cut. Es passt voll da rein. Es ist, es ist schön. Du bist, glaube ich, ähm, bist du der, also ich, ich dachte, ich dachte so, ja, okay, von den Männern gehe ich davon aus, keiner braucht das so, alle wollen ein bisschen Action, Drama, bla, bla sehen und dann, ne, aber keiner will das sehen. Und dann sagt halt der Regisseur, Jörg, sagte, ähm, ne, wir haben so ein bisschen, ähm, warum gefragt und haben halt wirklich, ähm, explizit Frauen gefragt, so. Was sie davon halten. Und, ähm, Frauen wollten diese Szene da, dabei haben. Äh, die haben Frauen gefragt, nachdem ihr die Szene gedreht habt, vorher? Nein. Ja, also während. Haben die Frauen dich schon mal vorher gesehen? Nein. Also, ich weiß nicht, ne, ich war ja nicht im Gespräch dabei. Das ist ein wichtiger Faktor. I don't know, aber sie haben halt, ne, Entriebe. Guck mal, der hier. Könntet ihr euch vorstellen, dass das eine wichtige Szene ist, dass der hier, warte mal, hier haben wir noch ganz normalen Oberkörper frei, dass der hier eine Alte an der Wand weg macht? Könnt ihr? Ja, das ist wichtig für den Film. Kann ja sein. Unglaublich. Kann ja sein. Ähm, genau. Die haben sich dafür entschieden und dann musstet ihr? Genau, dann, ähm, waren wir dann, äh, waren wir dann, äh, äh, am Set irgendwann und dann war die Szene und so weiter und so fort. Aber hast du vorher mit der, ich muss natürlich, weil ich neugierig bin und nicht gut erzogen, ähm, hat die Christiane, äh, die war so, let's go. Oder war die auch so, mäh, Szene muss nicht sein. Hast du überhaupt mit der vorher darüber geredet? Ich hab mit ihr nicht darüber geredet, weil ich hatte keine Ahnung, was ich sagen soll. Wie redet man mit jemand über eine Sexszene? Also was machst du da? Hey, gefällt's dir, gefällt's dir nicht? Ich hab keine Ahnung, was ich sagen soll. Ja, wie ist eigentlich dein, also guck mal, äh, Christiane ganz, ich weiß nicht, wie gut ihr euch vorher kanntet oder nicht? Ich war todes aufgeregt. Weil das Christiane Paul ist? Ich wusste erstmal nicht, wer sie war. Ah, okay. Genau. Und dann hatten wir, wir hatten so ein Konstellationscasting, so, weißt du, so, wer wird die Frau sein, die richtig passt und bla bla und so. Und der, ja, Christiane Paul ist hier. Und ich so, okay, cool. Hast du erstmal keine Gesichtschrauben mehr? Und ich wusste nicht so. Und dann, ah, okay, das ist gut, dass du nicht weißt, wer das ist, so. Das heißt, du bist dann auch entspannt, da komm rein. Was weißt du, ich entspannter gar nichts, geh rein. Und dann haben wir gespielt und so und ich war halt, ich war, ähm, fasziniert von ihr, so, weißt du, und wie wir gespielt haben, es war krass, so, ich war direkt so, boah, ich war into her, weißt du. Ähm, und dann, ähm, ist sie es, dann ist sie es auch geworden und so. Und dann ist ja ein bisschen Zeit vergangen und dann durfte ich natürlich ein bisschen Research machen, wer sie wirklich ist. Ja. Und dann, ah, okay, das ist sie. Und dann war ich am Set und sie war auch am Set. Dann haben wir uns am Set getroffen, weil ich hatte ja zuerst den Ghana-Teil gedreht. Ja, okay, der war ja ohne sie, stimmt. Genau, und dann haben wir den, äh, den, den, äh, Deutschland-Teil gedreht, so, und dann kam ich am Set und dann hab ich gemerkt, boah, ich war komplett raus. Ich war einfach raus, weil ich war so nervös und so aufgeregt, weil das war. Weil das so eine renommierte Schauspielerin ist oder wegen dieser Szene? Nee, weil das war meine, meine erste große, meine erste, erste Hauptrolle. Ja, ich weiß. Weißt du? Und in Ghana war, das Krasse in Ghana war, auf Chi zu drehen, ist so ein Geschenk gewesen. Ja, weil du, du kannst nichts falsch machen, oder? So stelle ich mir das vor. Ja, das war auch so. Ja, genau, du bist zu Hause, weißt du? Und, ähm, auch das Improvisieren war so, boah, und dann mit den ghanaischen Schauspielern zu spielen, war so, boah, das war so. Die waren übrigens, by the way, auch. Die waren krass, weißt du? Ja. Und auch Superstars in Ghana. Ja, nein, aber doch nicht. Ja, 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 ja. Ach, Quatsch. Das waren halt die, nein, ja, ja. Das waren so wirklich, das waren so Schweighöfer-Ghana. Das war so La Grande Dame aus Ghana und der Dancer Washington aus Ghana. Nein, nein. Ja, ja, ja. Das heißt, ein, ein, ein... Wer denn? Eko? Bitte? Eko? Eko. Geil. Crazy. Aber war ja der Kleine. Ja, ja. Der war halt, ne, young, upbringing und so. Aber der Papa, oder was? Der Papa, genau. Also unser Papa, der, der meinen Vater gespielt hat und die, die meine Mutter gespielt hat. Superstars in Ghana. Superstars. So geil zu wissen, ey. Das heißt, die, 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 die ghanaischen, das ghanaische Team, weil wir sind ja nur mit sechs, sieben Leuten aus Deutschland hingeflogen und alles waren halt nur ghanaische Leute, so, weißt du? Und die waren halt so, ey, AJT ist hier, Mann, ey, Lydia ist hier. Und alle nervös, weißt du? Und ich hab keine Ahnung. Ja, das ist wieder so ein Maul-Moment. Genau. Weil ich dachte mir auch, gestern den Film geguckt, dachte ich mir so, da können sich die Schwappen aber freuen, dass die da auch mal mitmachen dürfen. Krass, ne? Ghanaische Denzel Washington. Dankeschön. An der Stelle, sorry, falls du das hier siehst. Ja, ja. Superstars. Wird er ja wahrscheinlich. Und, ähm, naja. Was heißt Entschuldigung auf Tui? Ähm, mit Pachau. Okay, sag nochmal seinen Namen. Ajité. Ajité Anang. Okay, aber was, was sag ich, wie sag ich jetzt den Namen, Entschuldigung? Ajité Mepachau. Ajité Mepachau. Yes. So. Siehst du, dass er das kriegt? Ja, ja, ja. Alles klar. Er kriegt das. Naja, auf jeden Fall ist es dann, ne? Mit den ghanaischen Schauspielern spielen und so weiter. Das war krass, krass, krass. Superstars und, und, und. Und ich bin dann so, auch mit dem Team halt, ne? Licht und, ähm, Kamera, okay, Kamerasistenten waren Deutsche, aber Licht und Art Department und, ähm, Produktion, Produktionsleitung und, und. Das waren alles Ghanaden, weißt du? Ähm, ähm, und so. Und dann bist du das erste Mal am Set und du bist, du gehörst zur Mehrheit. Ja, okay. Ah, okay. Verstehst du? Also, das heißt, die Weißen sind die Ausländer. Ja. Und du bist zu Hause und du spielst auf deiner Muttersprache in deiner Heimat. Hast du da oft viel bei dir gegestert? Nein, 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 also. Ja, weißt du, sag mal. Nein, 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 nein. Warum ist das Brötchen kalt? Nein, so nicht, so nicht. Aber du bist halt voll, du kannst dich halt, du fühlst dich so unfassbar wohl. Ja. Und dann ist das halt ein krasser Bruch, wenn du dann nach Deutschland kommst und auf einmal bist du der einzige Schwarze hier und du drehst mit dem Komplett. Aber du hast ja auch mit, also da im Café und, äh, mit Lösewicht. Genau, das waren halt, ähm, weitere ghanalische Schauspieler hier aus Deutschland, ähm, aber die waren halt nicht jeden Tag am Set. Das heißt, am ersten Drehtag in Deutschland war ich der einzige Schwarze. So, da waren halt. Wo diese Homeless, diese Homeless-Szenen und so? Ne, meine erste Szene war, wir haben dann so, das war eine Szene mit Christiane. Da am Dock? Ja, meine ich doch, da, wo die Sanitäter kommen. Homeless, wo der Penner daneben ist, genau, bei dem Zähl. Das war der erste Drehtag, weißt du? Okay. Und ich war so, äh, ähm, äh, du hast nicht die ghanalischen Jungs, die sagen, yo, was geht, alles klar, oder was? Ja, hey, da, 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 sondern du hast halt die Deutschen, die halt, alles klar, okay, wir sind dann so weit, hm? Stefan, okay, Mads, läuft, genau, weißt du? Ja. Und ich so, okay, alles klar. Geiler Kontrast. Und dann kam halt Jörg, der Regisseur, der kam zu mir und meint, und er und, ähm, Erik, die kamen dann zu mir. Der war ja auch ein Garner dabei. Ja, genau. Ja. Genau, der hat ja für den ganzen Film geschrieben. Was hat der dann gesagt? Der kam dann zu mir und meinte, Ey Uten, was ist los? Die haben einen Unterschied gemerkt. Krass, ey. Und haben mich weggezogen und meinte, das ist dein Set. Das ist dein Film. Das ist dein Film. Hier, das ist dein Film. Du bist die Nummer 1 auf dem Callsheet. Krass, ey. Das ist crazy. Ich so. Kannst du mal sehen, wie du konditioniert bist, ne? Krass, ne? Ja. Also mein ganzes Leben kämpfe ich mich raus aus diesem Brainwash. Ja. Das ist so krass. Und dann bist du da die Nummer 1 und verhältst dich aber nicht so, weil... Genau. Ja. Krass. Krass, oder? Das ist wirklich voll krass, ja. Und dann habe ich mich so, okay, alles klar. Und dann habe ich was von Ali genommen. Was von Mohamed Ali genommen. Was denn? Und zwar, es gibt, in einem Film kommt der dann, ich glaube, diese Rumble in der Jungle und so, macht der Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum, ne? Das heißt, okay, alles klar. Und ich habe dann darüber nachgedacht, so. Ich war so, okay, 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 okay. Und dann habe ich zurückgezogen. Irgendwann bin ich einfach zur Wand gegangen und dann denselben gemacht. Gibt es nicht solche Motivations-Stories los. Und dann habe ich gemerkt, und dann fingen, ich habe das ein paar Mal gemacht, und irgendwann fing dann Kamera-Assistenz, irgendwann bumm, 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 und dann sagt doch, der Champ is here. Und das hat mir so ein bisschen... Das hört sich jetzt aber wirklich... Ist das wirklich passiert? Ich meine das... Ich meine das ernst. Wirklich. Das hört sich ja selber nach dem Skript an. Also, 100 Prozent. Ich habe das erst mal natürlich... So nicht. So nicht, so nicht, so nicht. Ich habe das erst mal für mich alleine gemacht. Ich war dann so, okay, alles klar. Ich stand irgendwie in der Ecke so. Ich musste irgendwas einfallen lassen. Und dann habe ich einfach für mich ganz wirklich im Verborgenen so... Aber wer hat dann mitgemacht? Da war doch nur Weiß... Nein, nein, nein. Das ging dann erst mal über Tage. Ich musste mich rauskämpfen. So, weißt du? Und dann das zu akzeptieren, dass jetzt mein Set so... Ist okay, du kannst das verlieben. Kennst du das? Ich kann dir das ja als Nichtschauspieler sagen. Wenn man als Nichtschauspieler Schauspielern zuhört, denkt man sich manchmal so... Oh, was redest du? Das ist Schauspiel. Das ist keine Raketenwissenschaft. Aber es ist... Anscheinend ist es nicht. Guck mal, Schauspiel... Für mich... Wenn du... Also du hast einen Block hier am Bartkleb. Anderer Seite, anderer Seite. Ja. Danke dir. Wenn du ein... Wenn ich einen Film drehe, heißt es, dass ich jetzt erst mal ein Leben von dieser Figur lebe. Das ist unvorstellbar. Das ist das, was ich tue. Und manchmal werde ich zurückgeholt in das Leben von Yujin und ich muss es immer wieder schaffen. Aber ist das wirklich so oder habt ihr euch alle abgesprochen bei der Schauspielschule, dass ihr sowas sagt? Ist das ein Fakt? Ist das wirklich so? So funktioniert es für mich. Ja. Für mich funktioniert es so. Weißt du? Glaub mir, ich habe nach der... Also nachdem ich Borger zu Ende gedreht habe, habe ich Zeit gebraucht... Um wieder normal zu reden? Ja, um mich von der Figur zu verabschieden. Du hast es so... Das hast du so gut gemacht. Danke dir. Also ich bin ja... Ich bin wirklich... Ich höre hin und ich bin wirklich so ein... Ich bin ein kleiner Nazi, was das angeht. Das hast du so gut gemacht. Ich habe gehört so... Wie hört man... Also wann hört man so... Ah, das ist doch... Das ist der. Aber nee, dann war wieder... Irgendwie so... Sprachlich krass. Also auch so vor allen Dingen, was ja ultra schwer gewesen sein muss, diese Entwicklungsstufen. Erstmal kannst du gar nichts, dann kannst du ein bisschen, dann spielst du fast wie in Düsseldorf, aber nur noch einen kleinen Fehler drin. Das ist ja alter. Boah, stell ich mir das... Katastrophe. Das hat auch viel in meinem Ego gemacht, weil ich habe mir gesagt, ich möchte kein Flüchtling oder so mehr spielen. Ich will auch kein gebrochenes Deutsch. Und dann kommt die Rolle von Bogger und dann gibt es einen Part, wo ich gebrochenes Deutsch sprechen muss. Aber in Deutschland denken ja, wenn ein Schwarzer vor der Leinwand ist und spricht gebrochenes Deutsch, ja, Schwarze können kein Deutsch. So, weißt du? Und ich will diese Narrative ändern und dann bin ich wieder in einem Film, aber es macht ja diesmal Sinn. Aber spätestens jetzt mit diesem Interview, jetzt wisst ihr alle, der Mann kann wirklich Deutsch... Ah nee, du bist ja mittlerweile auch bei Tatort oder sowas am Start? Flensburg-Krimi, ja. Meine ich ja. Ist das nicht dasselbe? Das ist auch ein Krimi. Ich bin da nicht mit drin. Das ist gar kein Problem. Das ist ein Krimi, aber... Das ist sowas, was alte Menschen gucken, ne? Hab ich gehört. Aber ich habe auch gehört, dass es gibt Leute, also 40s, die gucken sich das an. Ja? Ja, das habe ich auch mitbekommen. Warum guckst du mich jetzt an mit 40s? Weil du vorhin gesagt hast, ich habe 40 Jahre Lebenserfahrung. Stimmt, leider. Aber ich bin ja jung geblieben, da fühlt sich ja egal. Aber das ist ja, also dafür gab es auch Preise für die Rolle. Ja. Ja, krass, Alter. Ja. Also wie gesagt, ich habe es jetzt nicht komplett, aber ich, also wenn ich Leute mag und weiß, die sind talentiert und das sind gute Jungs, dann supportet man natürlich. Und wenn man nur mit einem Like oder einem Kommentar supportet, ist halt in der heutigen Welt so. Aber ich habe gesehen, immer wenn du was gepostet hast, dachte ich mir, okay, krass, das... Weil sonst, du hast halt viele Leute, ich weiß, dass du jetzt kein Laberkopf bist, aber es gibt halt so viele Laberköpfe. Ja. Ich bin, ich bin, wie viele Leute schon in Frankreich angeblich Fußballprofis waren, du kennst es selber, ne? Jeder zweite Marokkaner hat schon mal bei Marseille gespielt. Ja, ja. So. Und deswegen, man will ja dann Ergebnisse sehen und dann sieht man das und denkt sich so crazy. Und dann geht man da so ein bisschen tiefer rein und denkt sich so, okay, da hat's, du hast richtig, was richtig, richtig, was heißt Karriere gemacht, aber ist ja noch, ist ja gerade mal der Anfang, würde ich sagen. Ja, ja, ja. Ist für dich auch gefühlt der Anfang noch. Ja, jetzt, ich glaube, jetzt haben wir die Tür aufgetreten Ja. Weißt du? Was heißt wir? Ich sage immer, ich spreche meine Wir-Form, weil ich mache es ja nicht alleine. Weißt du? Mit wem machst du? Naja, alle, die halt mit am Start sind. So, das ganze Team vom Film, alle Menschen, die, also Film ist immer so eine, eine krasse, ähm, ähm, Gruppengeschichte sozusagen. Weißt du? Ich habe, bei zwei, bei zwei Produktionen habe ich mal mitgemacht. Genau, dann weißt du ja, wie viele Menschen da mal zu tun haben. Ja. Weißt du? Und ich glaube aber auch so, ich sage immer, ich bin, ich bin ein Produkt von all den Menschen, die mich so begleitet haben und, ähm, um mich herum waren und um mich herum sind. Weißt du? Ist das jetzt schon die, ist das jetzt die Rede, die du hältst, wenn du den Preis bekommst? Nein, aber es ist so. Weißt du was meine? Also manchmal, wenn ich rede... Du bist einfach ein Motherfucker, du bist doch... Guck mal, ich kann sagen, ich bin, ja, auf jeden Fall. Ja, aber sag mal, ich bin übelst krass. Ich bin übertrieben krass. Bist du wirklich? Ich bin wirklich krass. Ja. Ich bin wirklich krass. Geil. Ich bin wirklich krass, weil ich sage, danke dir, ich bin wirklich krass und ich weiß das, weil ich gebe niemals auf. Nicht deswegen bist du krass. Und ich bin krass, weil ich weiß, ich... Das geht in die falsche Richtung. Nein, 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 warte. Ich bin krass, nicht nur, weil ich sage, ich gebe... Ich weiß, dass ich etwas kann, aber ich weiß, dass ich es mir erarbeitet habe. Ja. Und ich bin stolz auf das, was ich mir erarbeitet habe und was ich kreiert habe. Okay. Und das ist krass. Okay. Jetzt sag ich mal einmal ganz kurz, was der sich die ganze Zeit gedacht hat. Also ich bin jetzt der Eugene. Ich bin wirklich krass. Fick mal auf die anderen. Ich habe einen kranken Buddy. Ich kann tanzen wie ein Gott. Ich bin quasi der deutsche Dancer in Washington. Ich habe die Tür eingetreten für alle Schwarze. Ich habe ein Lächeln, was alle umhaut. Und jeder, der mit mir zu tun hat, kann übelst froh sein. Oh Gott! So. Das ist mein Take. Danke dir. Danke dir. Wow. Okay, okay, okay. Thank you. Krass. Sehr gerne. Es wird mir sehr, sehr heiß. Ja, du bist krass. Du bist wirklich... Du bist ein krasser Typ. Viele sind ja so... Also ich höre manchmal so, werde ich diagnostiziert von so irgendwelchen Lappen als Narzisst oder so, dass ich nicht kritikfähig bin oder ich mich selber für den krassesten halte. Aber einfach nur, weil ich halt realistisch sehe, das kann ich. So viele Leute bringe ich zum Lachen. Da sind die Views so. Dafür werde ich so und so bezahlt. Und irgendwann kommt man dann auf den, okay, ich muss ja gut sein. Oder ich muss krass sein oder lustig sein oder intelligent sein. Wenn ich das Feedback immer so bekomme, dann kommt man irgendwann drauf. So und ich hab halt... Dann hat man halt auch kein Problem, wenn man andere sieht, die auch krass sind, das zu sagen. Ja, 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 ja. Aber viele haben das nicht. Ja, 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 ja. Und das ist halt so... Weißt du, ob es ein falsches Ego ist oder was? Wenn wir gerade dabei sind, dann muss ich auch sagen, komm mal, ich muss sagen, was ich krass an dir finde und das mache ich jetzt nicht, um den Arsch zu kriechen. Wirklich nicht. Was ich krass an dir finde, ist erst mal dieses Studio hier. Das ist einfach erst mal krass. Das Studio? Ja, dass wir hier sind. Da kann ich original nix für. Aber doch, das hast du hier aufgezogen. Das war eine Entscheidung von dir, weißt du? Du bist aus Düsseldorf hergezogen und hast gesagt, okay, ich hab Bock auf Badal Rap. Ich hab Bock, erst mal mit dem Comedy bin ich hingezogen. Okay, dann bist du mit Comedy. Ich hab dich in Badal Rap Szene zuerst hier in Berlin gesehen. Da war ich auch zuerst. Okay, gut. Das heißt, du bist hergekommen. Der Grund war Comedy und dann kam einfach Badal Rap. Okay, got you. Das heißt, du kommst von Düsseldorf, ich kenne dich vom Fußball, so, dann kommst du nach Berlin und zerstörst den Badal Rap so, dass ich irgendwann Videos von dir angucke, dass ich online Videos von dir angucke. Okay, und du? Ich so, hold up a sec, du sitzt gerade hier und ziehst dir gerade online Videos von dem Bruder an. Aber wie hast du mich denn in Düsseldorf wahrgenommen? Überhaupt? In Düsseldorf Fußballer. War einfach Fortuna, das war der Fortuna-Spieler. Genau, der Fortuna-Spieler, weißt du? Das heißt, wenn ich mit meinem Bruder gesprochen habe, ja, der Fortuna-Spieler, ja, genau, weißt du, was ich meine? Das heißt, wenn wir von Zahmö gesprochen haben, welches haben wir? Samato? Nein, Fortuna. Ah, der, genau, weißt du? So, das heißt, das hatte ich so im Hinterkopf so und ich wusste halt nie, so, was du sonst noch machst, außer Fortuna. Ich bei dir auch nicht. Und dass du dann weiterlebst, sozusagen, weißt du? Und irgendwann bist du in Berlin und machst Battle Rap und zerstörst irgendwann und dann hast du mir irgendwann gesagt, ja, ich mache jetzt Comedy. Ich so, okay, krass, Comedy? Ja, ich habe einen Battle Rap, habe mich alles zerstört, habe alle gefickt, so, ich bin an einem Punkt gekommen. Das ist ein Original-Zugart von mir, ja. So, ich bin an einem Punkt gekommen, da gibt es nichts mehr zu holen, so, deswegen muss ich was Neues starten. Wow, okay, alles klar. Selbstbewusstsein hoch 10, weißt du? Geil, weißt du? Selbstbewusstsein, also, nachdem ich was geleistet habe. Ja, natürlich, natürlich, nachdem du was geleistet hast. Aber selbst nachdem, also manche Menschen, nachdem die was geleistet haben, können sie immer noch nicht sagen, I'm the shit. Dieses Problem hatte ich sehr viele Jahre. Das hast du ja immer noch. Habe ich anscheinend immer noch. Okay, got you, weißt du? So, und du drückst mir das einfach so in my face und ich bin so, Reality-Check, hat das irgendjemand mitbekommen? All right, cool, got you. Und dann machst du ein Comedy, dann sehe ich dich irgendwann, Tempodrom, und du sagst, ja, ich hab gerade hier, mach meine Comedy-Tour. Ja. Hast du eine Comedy-Tour? Okay, von Fortuna Düsseldorf kommt dann irgendwann Battle-Rap, zerstört alles, macht Comedy, zerstört alles und irgendwann heißt es, yo, ich mach einen Podcast, hast du Bock, vorbeizukommen? Ich so, was ist das für ein Typ? Ja. Dört einfach nicht auf. Das ist voll schön zu hören, weil, wenn du, das ist wie bei Leuten, die jetzt zunehmen, wenn du jetzt, du hast eine Partnerin zum Beispiel und die nimmt immer zu, dann fällt dir das nicht so auf, wie als wenn du jetzt eine Person drei Monate nicht siehst und dann auf einmal ist so was denn hier passiert und genau so ist das ja auch, genau so hab ich dich ja auch wahrgenommen, dass der Eugene, der große Schlagsfußball ist nichts, aber irgendwann hat er angefangen zu tanzen und dann sehe ich, okay, hier macht der Moves, dann ist der da im Kino, so, das sind, du bekommst dann halt, und das ist, finde ich voll schön, weil man selber ist ja jeden Tag man selber und du siehst den Fortschritt, merkst du manchmal so im Geld oder in meinem Fall jetzt in den exorbitanten Steuerschulden oder dass die Locations größer werden oder dass die Klicks mehr werden, so merkt man das, aber wenn man so hört, jetzt denke ich mir auch gerade so, stimmt Alter. Ja Mann, das ist krass. Das sind alles Moves. Das ist krass. Das sind alles Moves, ja. Wirklich, das sind alles krasse Moves und dazu gehört so viel, dass man die Entscheidung trifft und sagt, okay, alles klar, weißt du was, das habe ich zerstört on to the next one. Okay, das habe ich jetzt auch zerstört on to the next one. Wie viele Menschen es gibt, die sagen, yo, bist du bescheuert, Mann? Du hast gerade dort Fuß gefasst, irgendwie kannst du nicht dort bleiben und das irgendwie aussaugen, weißt du was ich meine? Ja, aber so sehe ich das irgendwie gar nicht, weil, also Bad O'League mache ich halt noch zu gerne und das sind auch höhere Gagen als bei der Comedy und Comedy bin ich gerade, so wie du bei der Schauspielkarriere, bin ich wahrscheinlich gerade bei der Comedy. Also ich habe ein super Debüt hingelegt, überdurchschnittlich ist, weil es kamen mehr Leute zu meiner Show als zu einem normalen Comedy-Debüt. Geil. Jetzt kommt die zweite Tour, jetzt muss ich wieder arbeiten, jetzt haben wir größere Locations, ich hoffe natürlich, dass durch den Podcast auch mehr Tickets verkauft werden. Gotcha. So und ich glaube, obwohl ich bin kein, ich bin kein, wie sagt man das nochmal, kein Optimist, ich bin eher so Realist, Richtung Pessimist, aber irgendwie glaube ich oder rechne ich damit, ich glaube einfach, ich habe mein Gefühl einfach, dass die nächste Tour ausverkauft sein wird, weil der Podcast wahrscheinlich gut ankommen wird, den Leuten wird vielleicht der Humor gefallen oder denkt sich so, wo hat der die ganzen Gäste her, der ist irgendwie auch lustig, was macht der Comedy-mäßig, dann sehen die das und denken sich, okay, kann man mal ein Ticket holen, so denke ich das. Ja, got you. Genau und hoffe ich so und bei dir ist ja auch nicht das Ende der Fadenstange, sondern du bist ja auch, man, deine erste Hauptrolle war vor drei Jahren. Krass, ne? So. Krass. Ja, ja. Das heißt, und wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie du drauf bist, ob du so, Dicker, ich mache jetzt das, aber ich kann auch, also, dass du für dich vielleicht so den ersten schwarzen deutschen Actionhelden siehst oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie weit du denkst. Ist das so? Charlie? Hä? Du hast es gerade rausgehauen. Ja. Ist das so? Ja, natürlich. Natürlich. Crazy. Natürlich. Ich habe jetzt, was krass ist, was ich jetzt begriffen habe, so nach der ganzen Borger-Geschichte und Flensburg-Krimi und so und man kommt dann so in die deutsche Filmszene so rein, weißt du, und auch nicht nur in die deutsche Filmszene, sondern in Ghana, wir haben ja auch in Ghana und in Afrika krasse Preise abgeräumt, so, weißt du, wir hatten African Movie Awards in Nigeria in Lagos und dann habe ich einfach den Preis für die, für die beste Hauptrolle bekommen, wir haben einen Preis für Screenplay bekommen, wir haben, das war einfach zu krass, das war einfach zu krass, also eine der, eine der krassesten Geschichten, die mir jemals passiert sind, dass ich, du bist in, du bist in Afrika, du bist in Lagos, du hast nur African Filmmakers, also guck mal, du kennst doch diese Oscar Verleihung Geschichte, du siehst die ganzen Menschen, Ostländer gewinnen nicht, so, du kennst die ganzen Geschichten, die Menschen, die du siehst, die Hautfarbe und sowas, jetzt überleg mal, du bist in Afrika, in Lagos, eine Riesenhalle, nur afrikanische Filme machen, nominiert, bam, 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 Moderation, schwarz, Organisation, schwarz, viel Geld gegeben haben, schwarz, Musik zwischendurch, schwarz, aber nicht schwarz, Amerika, alles Afrikaner, weißt du, und du sitzt dort und du weißt, also ich bin in Deutschland groß geworden, bist du Ghana genug, bist du deutsch genug, bist du weiß, bist du schwarz, bist du Identität, was ist los mit dir, bist du zu europäisch, bist du zu Afrikanisch, bist du, und dann sitzt du nach all den Jahren in Afrika in Lagos und die sagen, best actor in a leading role goes to Eugene Boateng und du denkst dir, Ausnahmezustand und dann kommt jemand zu mir und sagt, okay, brother, you are now officially the best actor in the whole Africa, what are you going to do? Is das schön, Alter? Echt so? What am I going to do? I'm gonna take some lotion, go up to my room and like stroke, stroke the sun of a beach to calm down. Ist das krank, Alter? Das ist wirklich, das ist Film. Das ist so krass. Das ist so krass. Und in dem Augenblick dachte ich, okay, du kannst dich nicht hinsetzen und sagen, okay, alles klar, cool, danke Afrika, ich gehe jetzt zurück nach Europa und mache jetzt ein paar Filme und so. Bitte? Hast du bei der Rede geweint? Nein. Okay. Nein, danach. Wie, aber wie ist das, bist du, zitterst du, dein Herz schlitt oder was ist bei dir? Tot, tot, ich bin komplett am Ende. Ich wollte nicht mal zur Verleihung gehen. Warum? Weil ich, das war zu viel für mich. Es war einfach zu viel für mich. Aber wusstest du vorher, dass du gewinnst? Nein, aber alleine, dass ich nominiert wurde, war schon zu viel. Und ich dachte, wenn das, wenn ich jetzt auch noch gewinnen werde, oh my days. Das heißt du, aber du wolltest, ach krass, Alter, du wolltest echt nicht zur Verleihung gehen, weil das. Nein, nicht, dass ich, ich habe mich nicht hingesetzt und gesagt, okay, ich gehe nicht, weißt du. Ja, ja, aber das sind diese Gedanken, die kommen halt in dir hoch, weil. Das ist nicht einfach übelste Vorfreude. Das ist sehr, sehr schwierig für mich. Sehr, sehr schwierig. Warum? I don't know, weil bei mir immer die Frage kommt, habe ich das verdient? Habe ich das wirklich verdient? Das ist eine gute Frage. Weißt du? So, das ist die Frage, die ich mir dann stelle. Und dann, wenn ich es bekomme und wenn ich es verdient habe, was kommt mit diesem Preis? Was ist der Preis für diesen Preis? Okay, verstehe. Weißt du, was ich meine? Ja, verstehe. Weil das kommt, irgendwie spüre ich eine Art Verantwortung. Ja. So, weißt du? Und die ist geblieben, die Verantwortung. Ich habe das Gefühl, ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, ich warte auf geile Projekte, sondern ich muss Projekte realisieren. Krass. Und zwar für hier und... Ja, natürlich, klar. Weil da haben die... Aber hast du auch mal den Gedanken gehabt nach dem Motto, dass du einen Vorteil hast, weil du aus Deutschland oder aus Europa kommst, dass du den Preis dann bekommen hast und andere innenländische oder einsässige Schauspieler, Schwarze, waren abgefuckt? Nein. Nein? Nein. Hast du keinen Neid gespürt da? Krass. Das war so krass. Diese Liebe, die ich dort gespürt habe, war anders. Ja. Die Regisseure, die kommen, ey, bro, und du siehst halt, ey, du siehst afrikanische... Dein Herz wird so groß. Das ist unglaublich. Tansania, Namibia, Südafrika, ähm, ähm, wo auch immer die herkamen. Sierra Leone. Sierra Leone. Ich meine, sie waren von überall da und du hast mit denen allen gesprochen. Ich dachte, krass, Mann, ich bin... Und da spürst du auch dein Deutschsein. Ja. Ja. Du spürst es. Weil du nicht so liebe, weil du nicht so warm bist, weil du kein warmherziger... Doch, schon ein bisschen. Aber du liebst anders, oder? Du, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube, was ich für mich, das deutsche, was ich gespürt habe, war, die verschiedenen afrikanischen Länder, weil man redet ja in Deutschland sehr gerne von Afrika und man tut so, als wäre Afrika ein Land. Weißt du was meine? Ja. Und dann merkst du, und alle sprechen dann leider oder zum Glück sprechen alle Englisch, was auch immer, wie wir es auch immer, ne? Ja. So, die sprechen Englisch und du merkst halt die verschiedenen Akzente im Englischen und dann merkst du, ah, so krass, ah ja, stimmt, die aus Tansania reden so, ah, die aus Nürnberger reden so, die aus Nigeria reden so, das ist quasi so, Hamburg und München sind dann alle. Genau, weißt du, und dann hast du halt the United States of Africa sozusagen, weißt du, und die sind halt alle da und quatschen mit dir und guck dir meinen Film an, lass uns treffen, let's connect, let's d-d-d-d-d-d-d-d-d und du bist überwältigt einfach. Aber war das Niveau auch so Europa, doofe Frage, aber Europa-Niveau, Veranstaltungen? Ja, also das Krasse, das Krasse war, was krass an der Veranstaltung war, in meinem Comedy-Kopf ist gerade wieder so, ja, da einfach so ein zerfetzter Teppich ist, ein Typ mit so einer Kamera, wo es oben noch so raucht, der hat einfach so ein bisschen Grill auf dem Hinterhof mit so einem falschen and the winner is, so ganz schlecht, aber wahrscheinlich ist es auch auf europäisch gewesen. Es ist krass, es ist auf jeden Fall, meine Erfahrung ist, dass es, weil ich war ja auch auf, also ich war bis jetzt auf den deutschen Schauspielpreis und ich war auf den deutschen Filmpreis so, hier in Deutschland so und ich hab halt so, als ich auf dem African Movie Award war, dachte ich halt so, okay, hier hat man sich ein bisschen mehr Mühe gegeben. Okay. Da war... Mit pompös, schmücken muss die Kasse nicht. Genau. Und für uns wurde alle Hotel bezahlt, weißt du, Essen, alles umsonst, kommt immer. Deutschland ist so nach dem Motto, seid froh hier zu sein. Dankeschön. Okay. Weil ich meine, da war halt jemand mit sehr viel Geld und like I said, also wenn du dort kachst, ist es nicht vergleichbar mit hier. Das heißt, die haben gesagt, okay, ihr seid eingeladen, ihr seid, wir zahlen nicht alle eure Flüge, ihr könnt alle kommen, wenn ihr wollt, aber wenn ihr kommt, Hotel ist alles geklärt, Essen ist geklärt, Vernünftiges Hotel? Vernünftiges Hotel. Okay. Weißt du, das war so ein, ich weiß nicht, Möwenpick Hotel, so ein Fünf-Sterne-Hotel, so wie hier, also Mary. Fand ich auch geil, wie dem Film einfach Kempinski sagen. Genau. Da gibt es einen Kempinski? Ja. Krass, ne? Übergeil. Also ich würde, ich will jetzt schon mal sagen, wahrscheinlich kommen wir ja gleich irgendwann zum Ende, ich will jetzt schon mal sagen, also ob du willst oder nicht, du warst auf jeden Fall nicht das letzte Mal hier. 100 Prozent. Aber wir haben noch einiges zu besprechen auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mir noch irgendwas, hatte ich noch irgendwas, was ich mir. Ja, ich will eine Sache noch sagen. Ja. Und zwar krass. Ich denke über das Wort krass nach. Und mir ist etwas, ich habe über etwas nachgedacht, ich weiß gar nicht, ob wir wirklich darüber reden wollen, aber ich denke immer. Du hast das sehr oft benutzt auch. Ja, und ich liebe das Wort. Ich liebe das Wort, obwohl manchmal kommt dann so der Gedanke, vielleicht solltest du nicht so auf krass sagen, vielleicht solltest du ein anderes Wort benutzen, weil es würde dich dann intellektueller erscheinen, lassen, but fuck you. Krass ist krass. Krass und heftig ist so, dann nehmen wir lieber krass. Dankeschön, weißt du? So, und es gibt so ein Ding, worüber ich viel nachdenke und zwar denke ich, weil viele Leute haben mich gefragt, ach, wie geht es mit Rassismus und so ein Blablabla und so. Das ist wirklich kein Thema, worüber ich reden will, aber. Haben wir das schon auch. Genau. Ich denke immer, entweder hast du mich, oder ne, entweder hast du Angst vor mir, weil ich krass bin, du beneidest mich, weil ich krass bin, oder du liebst mich, weil ich krass bin. Ja. Aber in allen Fällen bin ich krass. Das ist krass. Aber das Ding ist, das kannst du jetzt sagen, weil du krass bist. Was machen die ganzen Hampelmänner? Was sagen die? Ich glaube, die haben ihr Feld, wo sie auch krass sind. Also ich sage, von 100 Leuten, ne, querbeet, querschnitt durch die Gesellschaft, gibt es 70 Leute, die in keinem Feld krass sind. Meinst du? Bin ich fest von überzeugt. Echt? Ja. Wo sie nicht wissen, dass sie krass sind. Okay, sie wissen es nicht. Sie wissen es nicht. Das ist noch hier ein Unterschied. Ja, genau. Da würde ich mitgehen. Sie wissen es nicht. Ich glaube, so 40 Prozent kann wirklich gar nichts, ob die wissen oder nicht. Also wirklich gar nichts, gar nichts. Ich glaube, ein paar können, ich glaube, ein paar könnten vielleicht ein bisschen was, wissen es aber nicht. Ein paar können was und wissen es. und ein paar können sehr viele Sachen und wissen alles. Und damit gehen wir aus. Aber soll ich dir was sagen? Sehr gut. Ich habe ja, wir haben ja einfach noch nie so geredet wie jetzt. Nein, Mann. Da werden wir uns ja immer auf Partys, wo laute Musik ist oder sonst irgendwas. Quetche, quetche, so hey, geht's gut? Ja, hey, cool, 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 cool. Und dann tschüss. Und soll ich dir was sagen? Ich wusste also, du kamst rein und bevor die Kamera ging, hast du ja schon so ein paar Mal gelacht. Ich dachte mir so, weil ich kannte das halt nicht von dir. Ach so. Ich wusste gar nicht, dass du so einer bist. Ach echt? Nee, ich dachte wirklich, ich hatte Angst, dass du da hinkommst und dachte im Motto, ja, komm mal. Echt? Ja, dass du so oft Profi bist. Oh wow. Ja, voll. Oh wow. Voll. Wie oft Profi? Das denn so auf ruhig und auf... Das ist Profi, dass du sagst, ja, nee, Borgas, dann bin ich halt von Düsseldorf nach links gegangen, da habe ich halt Schauspiel gemacht. Was soll ich dir jetzt sagen? Ist halt so, ne? Nächste Frage. Oh Gott. Das hätte ja sein können. Echt? Ja. Oh krass. Nein, nein. Deswegen voll schön. Das ist ja immer schwierig. Du führst so ein Gespräch und ich, also das war jetzt, also wir haben ja wirklich einfach, das war eine geile Atmosphäre. Wir haben richtig geil geredet und dann denkt man sich aber auch so hinterher, wie hören das denn jetzt andere? Ist das jetzt, ist das noch, ist das interessant oder ist das, oder spüren die den Vibe? Oder ich, das ist halt, ich bin auch voll aufs Feedback gespannt so. Ja, also für mich war, ich war zwischendurch, dachte ich so, boah, wir sind einfach am Quatschen. Ich habe gar keine Ahnung, wo wir hinwollen so, aber wir sind einfach am Quatschen und weißt, was geil ist, geil ist so, ich, so, weil ich jetzt in den letzten Wochen so, auch so Interviewgeschichten hatte. Okay, hast du die gehabt? Ja. Warum? Weil Flensburg-Krimi jetzt gerade rausgekommen ist, also der zweite Teil. Ach, das ist so aktuell? Genau, das ist, 20. Februar, 22. Februar ist er rausgekommen und deswegen war davor so viel Interviewgeschichten und auch so zwei, drei Podcasts und so weiter und bis auf einem Podcast sind schon, geht es schon immer so in die, in dieselbe Richtung, so, weißt du, so, erzähl doch mal und wie kommst du her und wie kommst du? Da kannst du so eine Platte abspülen. Genau, weißt du? Und es ist halt krass, wenn du so jemanden wie dich vor dir hast, weil du kommst halt, A, bist du aus Düsseldorf, B, bist du halt aus einer, aus verschiedenen Szenen und hast was gesehen, weißt du? Du hast nicht dein Studium gemacht und Germanistik studiert und kommst und machst halt ein bisschen Journalismus so, sondern du bist halt von der Straße und hast halt Dinge gesehen und kannst mit mir über das Leben reden, weißt du, was ich meine? Ja, also von der Straße würde ich jetzt erst mal... Straße sage ich wegen Hip-Hop-Kultur. Aber aus dem Leben komme ich auf jeden Fall. Weißt du? Ja, also ich bin jetzt kein klassischer Interviewer, weil die meisten, die meisten Interviewer zum Beispiel können ja selber nichts. Also ich meine jetzt, außer jetzt Interviews machen, aber das sind jetzt keine Leute, die auf Bühnen stehen oder auch selber eine Meinung haben oder die müssen ja immer neutral bleiben und gucken, dass sie dich, dass sie dich gut verkaufen sollen. Ja. Und das ist mir eigentlich, also wenn du jetzt eine andere Woche reingeschissen hättest, das wäre mir auch... Solange ich gut aussah, ist mir das auch scheißegal. Geil, aber es ist... Ja, es ist geil. Es war ein geiles Gespräch. Es war ein geiles... Und ich mag... Ich habe auf jeden Fall Sorge gehabt, weil du so straight up bist und auch immer gerne sagst, du bist ein Hater so, dachte ich, boah, kann es sein, dass wir in dein Beef reinkommen? Ich weiß. Also nicht Beef, dass sie Probleme haben, sondern kann es kurz zu hitzig werden, weißt du? Weil ich war gespannt, ob es da hingehen könnte. Und dann habe ich gemerkt, boah, krass, irgendwie ist es so... Das ist geil, Mann. Ich will auf jeden Fall... Mit dir macht es Spaß zu reden. Ich will öfter mit dir reden. Ob Kamera, ohne Kamera, ist ein Scheißegal. Lass einfach reden, weißt du? Weil es ist... Ich liebe den Austausch und ich liebe es, wenn Menschen... Weil du hast was zu sagen und ich liebe es, wenn Menschen was zu sagen haben, weil die Menschen, die was zu sagen haben, haben auch oft Lust zuzuhören, weißt du? Ich höre auch gerne zu. Und dann findet ein Austausch statt und ich darf lernen, du darfst lernen, wir dürfen wachsen, aber wir dürfen auch so ein bisschen schleifen, weißt du? Das auf jeden Fall. Und ich habe auch... Also je mehr Interesse habt, desto mehr muss ich leider unterbrechen. Ja, ja, ja. Ich habe mir so oft ins Wort gefallen heute auch. Aber das ist einfach nur wegen Interesse, weil ich mir denke, Mann, ich habe jetzt gerade eine Idee, ich habe jetzt gerade eine gute Frage. Ich will das jetzt unbedingt loswerden. Ja. Dann scheiß auf den Gesprächslust. Ich muss jetzt... Ich muss eine Frage stellen, weil ich weiß, dass da eine geile Antwort draus wird. Auf jeden Fall. Geil. Aber du bist im Moment, weißt du? Also das ist eine Sache, die ich so... Weißt du, in Deutschland ist immer so, lass mich ausreden, weißt du? Und ich bin so, nein, es geht nicht immer um Ausreden, es geht einfach um den Moment und es kann sein, dass du gerade etwas sagst und wir gehen in eine Richtung, wo du sagst, oh, aber da wäre geiler und dann fällt es ins Wort. Das ist halt voll wichtig. Weißt du? Das ist dann okay. Ja, aber ich glaube, wir hatten jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange wir gemacht haben, knapp zwei Stunden oder so, glaube ich, keine drei Sekunden Ruhe oder wie so. Krass, ne? Sehr gut. Ich weiß nicht, dass wir beide FG sind.